Im ersten geplanten Vortrag wird uns Frau Dr. Anja Kofall von Naturschule MV in Natura einmal die breite Palette an Angeboten, die sie anbieten, eben vorstellen. Ich freue mich ganz besonders auf Anja und du hast jetzt die Möglichkeit, deinen Bildschirm zu teilen, um auch Folien zu nutzen. Das will ich mal probieren. Mal schauen, wie das gelingt. Was seht ihr denn jetzt? Wir sehen noch das PowerPoint-Programm, aber du müsstest noch in Vollbild stellen, dass wir... Seht ihr die Bildschirmpräsentation oder die Referentenansicht? Wir sehen die Bildschirmpräsentation und nebenan noch deine Sprecheransicht. Vielen Dank. Dann tausche ich die nochmal. Ist jetzt der Vollbildschirm da, Simon? Achso, nee, nee, es hat ja funktioniert. Die Bildschirmpräsentation war da und die Referenten, also das eben meinte ich, dass wir rechts nebenan noch dein Bild sehen können, während du sprichst. Achso, okay, gut. Dann muss ich es wieder zurücktauschen, ja? Ja, sorry. Okay, gut. Dann jetzt nochmal. Dann schiebe ich mir das auch mal hier weg, damit ich auch was sehen kann. Ist irgendwie auch immer gefühlt anders, ne? Genau. Also, ich heiße Anja Kofan und ich freue mich, dass ich hier in der Runde sein darf. Ich freue mich auch, vor allem bekannte Gesichter zu sehen, die ich ja schon in meiner Tätigkeit erleben durfte, aber auch, ja, bei meinen eigenen Weiterbildungen gesehen habe, sodass ich mich echt freue, dass wir hier so in der Runde sind. Ich selbst nehme mich jetzt nicht, das ist auch, das ist ein bisschen komisch, aber ich werde das schon irgendwie meistern. Ja, also ich möchte heute die Naturschule MV in Natura Partnerschaftsgesellschaft vorstellen, die ich zusammen mit Maika Hoffmann, die hier auch ganz viele, denke ich, in der Runde schon kennen, betreibe. Wir haben, ja, die Natur als Bildungsort und Lernort, wie es schon in dem Namen auch heißt, und wir sind nicht alleine, Maika Hoffmann und ich, das sind, mittlerweile sind wir auf fünf Frauen angewachsen, die fünfte Frau ist hier leider noch nicht im Bild zu sehen, also das sind Maika Hoffmann und ich als Geschäftspartnerin und Frau Dr. Manuela Zibunke, die uns sowohl im Büro unterstützt, aber auch eigene, ja, Angebote durchführt, unter anderem auch die Soko Wald für die SDW, dann haben wir in unserem Team Kim Lüttke, die vor allem für die Jugendlichen ein breites Repertoire an Möglichkeiten und Angeboten zur Verfügung stellt und unsere Vicky, die im Hintergrund alles, was Social Media, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit heißt, begleitet. Ja, die Naturschule MV hat ihren Sitz in Wismar, wir sind allerdings nicht nur natürlich in Wismar unterwegs, sondern fast in ganz MV, also auch bis nach Rügen und in die andere Richtung. Wir waren auch schon in Lübeck zum Beispiel unterwegs, also wir versuchen das dann so hin zu begleiten, dass es dann eben vielleicht auch mehr Tatsveranstaltungen sind, wenn der Anreiseweg etwas weiter ist. Aber der Sitz, wie gesagt, in Wismar. Wir sind eine staatlich anerkannte Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Das bedeutet, dass wir auch eben die gesetzlichen Voraussetzungen haben, um dann auch, ja, Teilnahmebescheinigungen im Hinblick auf die BIKO MV, also die Bildungskonzeption MV, ausstellen zu dürfen. Meike Hoffmann selbst begleitet seit zehn Jahren Menschen in der Natur und jetzt vor, ja, fünf Jahren bin ich dazu gestoßen und wir haben dann die Naturschule MV in Natur- und Partnerschaftsgesellschaft gegründet. Das hat den Vorteil, dass wir beide als freiberufliche Natur- und Umweltbildner auch unterwegs sein können, aber eben auch unter dem Dach gemeinsam auftreten können und Bildungsprogramme anbieten können. Wie gesagt, werden wir durch Manuela unterstützt und durch die, ja, dass Kim und Wiki dabei sind, haben wir unser Portfolio sehr, sehr stark erweitern können. Außerdem sind wir, ja, nun zertifiziert, norddeutsch und nachhaltig, arbeiten also nach dem Bildungsansatz Bildung für nachhaltige Entwicklung, sind außerschulische Bildungspartner und arbeiten auch mit Institutionen zusammen, so zum Beispiel mit der SDW, aber auch mit dem ehemaligen Sozialministerium, jetzt ist der Kita-Bereich ja in das Bildungsministerium bei uns mit eingebiedert worden. Wir haben ein sehr breites, das sagte Simon schon, ein sehr breites Angebot und um es so ein bisschen zu strukturieren, haben wir diese drei, ja, Schwerpunkte angelegt oder hat Maika die damals angelegt, in denen wir uns nach wie vor bewegen. Also wir haben zum einen den Bildungsteil, den ich euch jetzt dann hier gleich ein bisschen näher vorstellen möchte. Wir haben aber auch eine, ja, Begleitung von Menschen in der Natur zu autobiografischen Themen, das macht Maika vor allem. Und wir haben den Part des Naturerlebens. Dort sind vor allem, ja, Freizeitangebote und alles, was, ja, natürlich kann, ist Lernen immer dabei, aber es ist eben eher der Fokus auf der Natur, sie zu erleben und eben, ja, nicht in dem Kontext von beruflicher Fort- und Weiterbildung. Da haben wir zum Beispiel unterschiedliche Naturkindergruppen, unterschiedlichen Alters, aber auch den mittlerweile schon legendären Lichterpfad im Advent, den wir jetzt auch als ganz kleine Schwester in Redgendorf als Lichtergarten angeboten haben letztes Jahr. Also solche in dieser, ja, Richtung sind da die Formate, die die Teilnehmer dort, ja, bekommen können. Um ein bisschen jetzt in diesen Bildungspart hineinzutauchen, habe ich jetzt die nächsten Folien gestaltet. Für uns ist die Natur immer der Ausgangspunkt des Lernens. Wir schaffen Bildungsanlässe in und mit der Natur, wie gesagt, eben auch für Kinder, wenn wir im schulischen Raum auch unterwegs sind, dann eben auch mit den jüngeren Generationen, mit den Jugendlichen. Aber vorrangig sind es Erwachsene, pädagogische Fachkräfte aus Kitas und auch Grundschule. Und unser, ja, unser Fokus liegt eben immer darauf, dass die Natur mit allen Sinnen erlebbar gemacht wird. Und davon schlagen wir dann die Brücke zu Schlüsselthemen nachhaltiger Entwicklung, also zum Beispiel zum nachhaltigen Konsum. Ganz klassisch, also quasi den Baum in seiner natürlichen Umgebung zu erleben, mit allen Sinnen zu begreifen und dann die Brücke zu schlagen. Zu dem, was ja auch vorhin schon vorgestellt wurde, der Holzlöffel oder der Kochlöffel, aber natürlich auch das Papier, was ja in ganz vielen Einrichtungen ja auch immer Thema ist. Natürlich auch zur Ernährung, das ist vor allem mein Steckenpferd. Das Thema Ernährung ist ja auf jeden Fall ganz eng verbunden mit der Natur als der Natur unserer Lebensgrundlage. Aber natürlich auch den Erhalt der Biodiversität und den Schutz der natürlichen Ressourcen. Da ist eine breite Palette möglich mit der Natur als Ausgangspunkt. Ja, natürlich hat uns auch Corona nicht unbeschadet betroffen. Auch wir haben uns quasi den Online-Raum erschließen, sag ich jetzt mal müssen. Im Nachgang hat es natürlich auch unwahrscheinlich viele Vorteile. Am Anfang war es doch eine sehr große Hürde, vor allem für unsere Teilnehmerinnen und natürlich für uns selbst. Jedoch die Teilnehmer von unseren Langzeitformaten, zu denen ich dann nochmal komme, die haben sich zunächst auf dieses Wagnis eingelassen, haben mit uns den Raum erschlossen, mit uns geübt. Und so konnten wir mit großmöglicher Interaktion und weiteren Tools, die wir uns erschlossen haben, ja trotzdem weiter bewegen und mussten unsere Langzeitformate nicht beenden vorzeitig. Es gab immer Selbstländ-Aufgaben in der Natur und im Anschluss haben wir diese dann auch natürlich mit den Teilnehmern aufgegriffen. Da seht ihr als Beispiel mal mit unserem Langzeitweiterbildung der Bauernhof-Pädagogen quasi die Kräuterwerkstatt. Da gab es dann natürlich auch für jeden Einzelnen dann zu Hause auch vor dem Bildschirm was zu essen. Das haben wir dann reflektiert und so konnten wir auch trotzdem eine abwechslungsreiche Online-Seminarzeit gestalten und die Anteile der Natur mit integrieren. Ganz frisch herausgekommen ist unser Seminar- und Veranstaltungsprogramm. Dort ist quasi alles zusammengefasst, in Papier gedruckt und natürlich auch online verfügbar, was wir im Angebot haben. Vor allem sind das eben Seminare und Tagesfortbildungen zu den unterschiedlichsten Themen. Ich habe dann mal ein paar Beispiele herausgegriffen. Wir haben Fortbildungsreihen, die sich ja kürzer sind, aber länger als einen Tag sozusagen. Und dann haben wir auch Langzeitweiterbildungen, die sich von einem Jahr bis zwei Jahre auch erstrecken. Ganz neu haben wir auch im Programm Fern- und Selbstlernkurse, die Naturschule Fern- und Aktiv. Mit all unseren Themen kommen wir natürlich auch in die Gitas und Grundschulen. Also machen wir Inhouse-Seminare, Schilftage steht da jetzt nicht drauf. Aber das ist ja quasi dann eigentlich nur das Pendant zu dem anderen Bildungsbereich. Dann gibt es auch Bildungstage und natürlich können wir auch bei Projektarbeiten von Kitas und Grundschulen, aber natürlich auch weiterführenden Schulen unterstützen. Außerdem bietet Maika Fach- und Praxisberatung in Kindertagesstätten an. Und wie gesagt, haben wir auch einige Dinge mittlerweile so, dass wir sie auch in Online anbieten können. Das hatte ich neulich auch. Da haben wir eine Fortbildung für einen Hort gemacht. Und anstatt, ja, die waren ganz am östlichsten Zipfel von Mecklenburg, anstatt dort hinzufahren, habe ich dann mit der Gruppe dort auf Distanz zwischen den Bildschirmen gearbeitet. Ja, und wie gesagt, mit KIM haben wir auch die Altersklasse der Jugend erschlossen. Da haben wir zum Beispiel mit Pfadfindergruppen, war sie im Wald und hat dort Bildungsprogramme angeboten. Und natürlich auch Bundesfreiwilligendienste ist mittlerweile ein Schwerpunkt. Und was auch jetzt hier nicht draufsteht, fällt mir ein. Wir sind auch in der Ausbildung von angehenden Pädagogen beteiligt und geben dort in den Modulen der Erzieherausbildung und Zoa-Ausbildung ja, Tagesseminare. Außerdem sind wir auch als Referentin bei dem Klimakönner schon dabei gewesen. Nicht nur jetzt hier online, sondern auch tatsächlich vor Ort in einer Kita. Und jetzt dann auch zukünftig sind wir noch einmal mit angefragt, was uns total freut und das Ganze sehr bereichert. Wie gesagt, dürfen wir auch die Soko Wald für die SDW an den Schulen in LV durchführen und die Bildungsbausteine, die vorhin vorgestellt wurde, da sind wir auch bei der Erarbeitung mit dabei gewesen. Weil wir auch natürlich nicht nur in der Natur die theoretischen Hintergründe erarbeiten können, haben wir mittlerweile zwei Seminarorte in Mecklenburg-Vorpommern erschlossen. Das ist zum einen das Klanghaus in Ilo, das ist bei Wismar, aber auch den Gutshof Friedrichswalde, das ist bei Brühl, Varin, Sternberg die Ecke, sodass wir zwei Orte haben, die uns sowohl im Innenraum uns die Möglichkeiten bieten, im Stuhlkreis zu arbeiten. Also wir arbeiten nicht hinter Tischen, ja quasi rein, aber eben auch das Außengelände so ist, dass wir Waldwiese, in Friedrichswalde sogar See erreichen können, sodass wir den Naturraum dort eben mit in unsere Bildungsprogramme einbeziehen können. Allerdings sind wir auch bei den anderen Bildungsträgern, zum Beispiel Jambus und Schabernack, die in Mecklenburg-Vorpommern pädagogische Fachkräfte weiterbilden oder fortbilden mit in deren Bildungsprogrammen mit integriert. Und wenn wir jetzt ja quasi in die Kitas oder Schulen kommen, dann gehen wir natürlich in den Naturraum, der um die Kitas herum ist oder bei den Schulen, um eben dort dann gleich vor Ort mit den pädagogischen Fachkräften die Gegebenheiten auch nutzen zu können. Jetzt möchte ich Ihnen mal so einen ganz kleinen Einblick in das Portfolio der Tagesseminare geben. Das sind jetzt mal zwei Beispiele, die Maika und ich in der nahen Zukunft anbieten. Das ist zum einen eben Ernährung und Klima. Was hat unsere Ernährung mit dem Klimaschutz zu tun? Und Maika hat zum Beispiel Naturhandwerk, nachhaltig werken mit Kindern. Und bei allen Seminaren geht es halt immer darum, erst mit Naturerfahrung ausgehend davon auch zu kommen, was hat das mit nachhaltiger Entwicklung zu tun und wie können wir zusammen mit den Kindern uns diese Themen erschließen. Wir haben aber auch Gastdozenten bei uns in unserem Bildungsprogramm, so dass wir da auch eine große Vielfalt anbieten können von tollen Menschen, die sich auf diesem Gebiet auch profiliert haben. Neben diesen Tagesseminaren bieten wir, wie gesagt, auch unsere Langzeitweiterbildungen an. Da möchte ich vor allem die ganzheitliche Naturbildung nennen, die ein zweijähriges Format ist. An dem habe ich auch selber teilgenommen und dort geht es wirklich darum, ganzheitlich in die Naturbildung einzutauchen, selbst sich zu reflektieren und die eigene Beziehung zur Natur und deren Elementen zu erleben und zu spüren. Das ist eine sehr intensive Zeit gewesen und läuft, glaube ich, mittlerweile im vierten Durchgang. Also wirklich eine tolle Weiterbildung. Dann haben wir, alles andere sind einjährige Formate. Da gibt es die Natur- und Waldpädagogik, die eben auch schon mehrere Durchläufe nun schon durchgeführt sind und gerade wieder gestartet hat. Ganz neu hoffe ich, dass es beginnen kann nach den Sommerferien. Da suchen wir übrigens noch Teilnehmer, weil es jemand hier unter Ihnen ist. Nachhaltigkeitspädagogik in Kita und Grundschule. Dort möchte ich mit den TeilnehmerInnen zu den Schlüsselthemen nachhaltiger Entwicklung arbeiten, intensiv eintauchen, wie diese uns in der Pädagogik mit den Kindern zusammen begegnen können und was das natürlich für Möglichkeiten gibt, um da mit den Kindern gemeinsam nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Auch starten neu wird die Wildpflanzen- und Gartpädagogik und außerdem naturbasierte Beratung und Begleitung. Also wir haben da unser Portfolio erweitert. Da wir fest der Auffassung sind, dass sich die Pädagogik auch in dem, was dahinter sich quasi verbirgt, in den Institutionen abspielt unter dem Begriff Whole Institution Ansatz, habe ich mich weitergebildet in Sachen Nachhaltigkeitsmanagement und biete da vor allem Leitungskräften, aber auch Trägervertretern unterschiedliche Formate an. Das eine ist quasi ein Kurs, der sich über drei zweitägige Module erstreckt, Nachhaltigkeitsmanagement in der Kita-Leitung, aber auch eben die Möglichkeit, sich individuell begleiten zu lassen. Also, dass ich in die Einrichtungen komme und dann dort zusammen mit den Leitern oder Trägervertretern genau schaue, wo vielleicht, wo hängt es, wo gibt es Anregungen, also da eine etwas individuellere Möglichkeit, sich begleiten zu lassen, um eben quasi nicht in der Pädagogik etwas voranzubringen und das dann quasi im Rücken wieder einzureißen. Ich sage immer, es ist wichtig, dass die Kinder da nicht auf Widersprüche treten und dass wir da quasi diese ganze Institution mitnehmen, dass sich Nachhaltigkeit in die DNA der Kita-Grundschule-Institution mit einfließen lässt. Ich möchte auch eine tolle Erfahrung noch mit Ihnen teilen. Und zwar haben wir die Möglichkeit bekommen, durch das damalige Sozialministerium ein großes Projekt zu starten, Kita 2030 Nachhaltigkeit erleben und Zukunft gestalten. Dort haben neun Kitas teilgenommen, ganz über Mecklenburg-Vorpommern verteilt und wir haben in zwei quasi Schritten, wie es vorhin auch gerade schon angedeutet hatte, zunächst mit den Pädagogen, das sehen Sie oben rechts, quasi BNE-Projekte initiiert. Was ist Bildung für nachhaltige Entwicklung? Wo können wir dort zusammen mit den Kindern Themen erarbeiten? Wie Sie sehen, haben wir auch das, was auch vorhin erwähnt wurde, mit Projekt oder arbeiten wir sehr gerne mit Projektleitfiguren. Hier oben sehen Sie Birki, der einen Birkenpilz, der quasi die Kinder begleitet, auf dem Weg in dem Fall jetzt zu einem nachhaltigen Papierverbrauch. Auch dort ist eben von der Naturerfahrung mit Waldbesuchen im Wald, mit Erleben, was ist Holz hier, was ist Totholz, was hat der Wald für Funktionen, ist dann die Brücke geschlagen worden, ja, nur mal zu gucken, wie wird denn Papier eigentlich hergestellt, das sehen Sie unten, Papierschöpfen, aber auch, wo ist eigentlich überall Papier in unserer Kita? Und dann kamen die Kinder sehr schnell von dem Zeichenpapier hin, natürlich auch zum Toilettenpapier, dem Papier, was die Eltern mit nach Hause bekommen, oder was an den Aushängen lag, also ganz, ganz viel Papier, was uns da begleitet. Und letzten Endes ist dann auch herausgekommen, dass ja nicht nur Papier was mit dem Wald zu tun hat, sondern auch alle möglichen Holzgegenstände, die so in der Kita sind. Und es wurde eine Reparaturwerkstatt eingerichtet, um die etwas, ja, lädierten, ja, Spielzeuge wieder zu reparieren, weil das eben auch ein ganz wichtiges, ja, Thema ist, was Kinder erleben können, wenn Sachen repariert werden und nicht immer alles neu gekauft wird. Also meine Mutter zum Beispiel hat früher noch Socken gestopft und ich habe mir ganz fest vorgenommen, auch meinen Kindern das zu zeigen, dass man nicht, ja, Socken nicht gleich mit jedem Loch wegschmeißen muss, sondern dass man auch Socken stopfen kann. Das war ein etwas persönlicher Einblick. Ja, dann haben wir natürlich unten links sehen Sie ein Bild von einer Einheit, dass wir mit den Kita-Leitungskräften, also das oben, also das, was Sie in der Pädagogik, das war mit den pädagogischen Fachkräften dieser neuen Kitas und dann daran angeschlossen haben wir mit den Leitungskräften dieser Kitas erarbeitet, den bunten Blumenstrauß der Nachhaltigkeit, um eben zu einer Nachhaltigkeitsstrategie zu gelangen, die der Kita dann hilft. Zum einen, wir hatten ja schon die Mittel, zum einen bei den Entgeltverhandlungen Argumente zu haben, um andere oder nachhaltige Dinge anzuschaffen, weil es eben in der, ja, eine Begründung gibt, warum das nötig ist. Es geht natürlich dann auch über die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, aber auch natürlich mit den Elternhäusern, aber auch natürlich Umgang mit den Ressourcen in der Kita selbst. Ja, und letzten Endes, wie gesagt, unser Bildungsansatz von der Naturerfahrung zur Gestaltungskompetenz konnten wir hier trotz dieser Corona-Schwierigkeiten wunderbar miterleben. In allen Kitas hat sich ganz viel bewegt und wir werden diese Ergebnisse Anfang nächsten Jahres dann auch präsentieren dürfen. Ja, und nun vielleicht zum Abschluss. Wie kommt man nun, ja, zu unseren Angeboten, Infos und wie kann man sich anmelden? Wir haben zum einen eben die Homepage www.naturschule-mv.de. Dort sind, ja, ist unsere, quasi unser Anliegen und alle, wie Sie sehen, unsere Bereiche Bildung, Begleitung, Naturerleben aufgegliedert. Dann gibt es einen Veranstaltungskalender und von dem aus kommt man dann auch direkt zu einer Anmeldefunktion, sodass die Anmeldung, ja, ziemlich, ja, unkompliziert mittlerweile laufen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, sich zu einem Newsletter anzumelden, damit man die tollen nächsten Veranstaltungen oder andere Neuigkeiten, die wir haben, nicht verpasst mehr. Wie gesagt, habe ich gesagt, haben wir mittlerweile auch die Möglichkeit, über den sozialen Medien verfolgt zu werden. Da bin ich noch sehr, ganz neu in dem Gebiet. Da haben wir ja zum Glück tatkräftige Unterstützung. Wir sind zum einen bei Facebook vertreten. Da habe ich einfach jetzt mal einen Screenshot von der Seite gemacht. Und dann natürlich auch bei Instagram. Da gibt es dann noch mehr, gibt es auch außer diesen Tagessemin Langzeitweiterbindungen, also dieses, was ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, gibt es natürlich auch immer kreative Gestaltungstipps unter dem Rubrik Mach mal. Da gibt es Rezepte, aber natürlich auch, wie mit Naturmaterialien gewerkt werden kann. Wir sind quasi, ja, spezialisiert auf altes Handwerk. Wir spinnen, oder wir haben eine Teilnehmerin, die kann spinnen. Sie hat uns das auch, wie wir, Maika hat sich da zum Kurs angemeldet. Also Filzen, wir schnitzen, wir hämmern und wir stellen Seifen her, sodass da eben auch immer kreative und nachhaltige Angebote zu sehen sind auf diesen Seiten. Ja, und dann möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich auf Fragen, wie ich das hier stoppen kann. Super, vielen, vielen Dank, Anja. Zum Vortrag parallel wurden noch keine Fragen in den Chat gestellt. Sie haben nach wie vor natürlich noch die Möglichkeiten, diese Funktion zu nutzen. Ich habe mir auch noch ein paar Sachen notiert. Auf jeden Fall erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr euren großen Erfahrungsschatz und eure Angebote hier in diesem Format auch nochmal präsentiert habt. Und du hattest auch das Projekt Kika 2030 angesprochen. Ich war selbst bei einem der Netzwerktreffen auch mit dabei. Fand da ganz besonders wertvoll so diesen unmittelbaren Austausch von den Einrichtungen, wie sie eigene Ideen gefunden haben, aber halt auch in die Umsetzung kamen. Zum Beispiel, wenn es darum ging, nachhaltige Waschmittel oder auch in der Ernährung da umzustellen. Und ich hätte da konkret noch die Frage, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, über die Laufzeit des Projektes. Wie war die angesetzt? Wir haben 2019 begonnen. Also im Oktober, glaube ich, war das erste Seminar mit den Pädagogen. Und das Projekt ist eigentlich im August zu Ende. Aber wir haben wegen Corona eine kosteneutrale Laufzeitverlängerung, heißt das, glaube ich. Also wir werden das Ganze dann im Februar, ist das dann quasi abgelaufen. Also im Januar ist jetzt die Abschlusstagung geplant, zu der wir vielleicht auch nochmal auf euch dann zukommen. Das ist ein guter Aspekt. Ja, sehr gerne. Wir können natürlich dann auch über unsere Kontaktlisten und unser Netzwerk dafür nochmal bewerben. Und die Ergebnisse dieser Abschlusstagung, werden die dann auch nochmal zur Verfügung gestellt? Also es werden zwei Handreichungen entstehen. Also zum einen zu dem pädagogischen Part, also wie die Kitas zu den BNE-Projekten gekommen sind. Und diese BNE-Projekte natürlich werden dann auch vorgestellt, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Und weil die Kitas haben sich wirklich, das waren wirklich unter erschwerten Bedingungen, weil ja dann teilweise auch keine Kinder in der Kita waren, um die ganzen Ideen, die da gesprudelt sind, auch umzusetzen. Und das auch für andere Kitas, also diese Broschüre soll dann jede Kita in MV bekommen, damit dieses, dass nicht eine Eintagsfliege bleibt, sondern sich dann eben quasi in die Breite schieben lässt, damit jede Kita die Möglichkeit hat, dort auch tätig werden zu können, beispielhaft. Klasse. Ja, also auf jeden Fall super, dass das dann auch... Aber gut, dass du sagst. Nee, nee, gut, dass du sagst. Ich bin das nochmal an, ja. Ich habe das ganz Wichtigste vergessen. Es stand unten in meinem, was ich mit sagen muss. Und zwar arbeiten wir natürlich nicht alleine dieses Projekt Kita 2030, sondern da ist Beate Kohler mit dabei. Und Beate Kohler hat ja auch, dass der Wald steckt voller Nachhaltigkeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Titel ist. Genau, das ist eine Bildungsbroschüre von der SGB. Da sind eben auch quasi Projekte veröffentlicht, die damals zusammen mit Förstern im Tandem entstanden sind. Und in der Art und Weise, vielen Dank Simon für die Erinnerung, also in der Art und Weise werden dann auch diese Ergebnisse aufbereitet. Und zusammen mit Beate haben wir da eine erfahrene Pädagogin und Wissenschaftlerin bei uns an der Seite, damit das dann auch so geschrieben wird und dargestellt wird, vor allem, damit das auch dann nachvollziehbar ist. Klasse. Ja, auf jeden Fall sehr wertvoll. Und das bringt mich auch nochmal zu einem Hinweis an alle. Diese Broschüre wird ja auch online dann verfügbar sein, diese Handreichung. Oder wird das tatsächlich gezielt nur an die Kitas in MV geschickt? Also da muss ich natürlich gestehen, weiß ich nicht, was das mittlerweile Bildungsministerium damit vorhat. Und wenn es denn so ist, dann wird das natürlich auch online zur Verfügung gestellt. Nur gedruckt wird es eben nur für die Kitas. Okay, genau. Weil das ja eben halt dann auch für andere Einrichtungen in ganz Deutschland eine große Inspiration sein kann. Und da auch nochmal ein Hinweis zu dem Markt der Möglichkeiten, dass sie dann natürlich nicht nur, also idealerweise nicht nur die Dokumente anschauen zu ihrem Bundesland, sondern gegebenenfalls auch zu anderen Bundesländern. Nicht nur, weil da Angebote sein können, die landesübergreifend angeboten werden, sondern auch immer wieder kostenlose Bildungsmaterialien, die eben online zur Verfügung stehen, da gelistet sind, wo natürlich alle dann auch Zugriff drauf haben und nicht nur das jeweilige Bundesland. Und das wollte ich da auch nochmal erwähnt haben. Ich finde es auch großartig, dass ihr eure Programme, du sagtest ja, auch in die Ausbildung pädagogische Berufe mit einbindet. Die Erfahrung haben wir eben auch gemacht, dass das ganz wichtig ist, eine breitere Masse zu erreichen und eben nicht nur sowieso schon Naturinteressierte und die da engagiert sind, das auch in der Bildungsarbeit umzusetzen, sondern dass das halt auch gleich in der Ausbildung stattfindet. Und genauso auch noch nicht so oft gefunden von mir eben dieses Beratungsangebot für Kita-Leitungen. Wie kann ich denn meine Einrichtung als Ganzes dann eben halt auch nachhaltiger ausrichten? Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Schritt. Also wenn ich darf, kann ich da auch noch ein bisschen was dazu sagen. Ich habe da jetzt tatsächlich mit einem Träger, also es wird nachgefragt tatsächlich. Und das ist wirklich, also wirklich, wie soll ich sagen, das ist eine gegenseitig befruchtende Angelegenheit, weil durch die Erfahrung aus Kita 2030 habe ich natürlich schon so viele Bilder vor dem Kopf. Aber nochmal mit anderen Trägern zusammenzuarbeiten, das macht es unwahrscheinlich fruchtbar. Also es befruchtet sich und also es macht wirklich Sinn, sich da die Zeit zu nehmen. Da auch zum Beispiel große Träger in Zukunft, es ist auf EU-Ebene geplant, dass auch nicht börsengelistete Unternehmen nachhaltigkeitsberichtpflichtig werden. Also auch da sind dann soziale Träger eben auch in der Pflicht, sich da eine Nachhaltigkeitsstrategie und einen Nachhaltigkeitsbericht damit zu beschäftigen, einfach mit diesem Thema. Und das kann ein guter Schritt dorthin sein. Also so wurde mir das zurückgemeldet. Ja, und auf jeden Fall, dass ihr die ersten Erfahrungen dahingehend dann auch sammelt und die entsprechend teilen könnt. Großartig. Super. Ich schaue nochmal kurz in den Chat. Wir haben bisher auch keine weitere Frage erhalten. Ja, nochmal für mich, von mir persönlich fand ich auch, ja, die Social-Media-Arbeit mit Instagram echt auch nochmal so ein kleines zusätzliches Gadget, was so diese kleinen Wissenshäppchen oder kleine Anregungen auf kurzem Wege dann auch nochmal weitergeben. Es ist natürlich nicht jedermanns oder jeder Frau Sache, da jetzt so aktiv zu sein im Social-Media-Bereich. Aber ich selbst tue das im Privaten dann auch immer wieder und sehe da einfach viele Vereine, Institutionen, die da einfach über diesen kurzen Weg, ja, Anregungen und Wissensvermittlungen auch einfach nochmal so zusätzlich. Das ist natürlich keine Ergänzung der eigentlichen Bildungsprogramme, aber schön, dass ihr das jetzt auch verfolgt. Ja. So, an dieser Stelle erstmal einen herzlichen Dank an dich und wenn ja über die Veranstaltung hinaus Fragen bestehen, haben Sie ja auch auf jeden Fall die Kontaktdaten von Anja und können da gerne dann eben auf die Angebote zukommen. Und ja, vielen, vielen Dank, Anja. Bitte, bitte. Und als nächstes haben wir das landesweite MINT-Bildungsangebot für Kitas MINT-Kids MV. Frau Annika Barschfeld wird uns jetzt hier dieses Angebot einmal kurz präsentieren und auch dort nochmal der Hinweis, haben Sie natürlich die Möglichkeit, während des Vortrages auch schon Fragen zu stellen, dass wir die dann auch aufnehmen können. Ich freue mich, vielen Dank, Frau Barschfeld, dass Sie sich Zeit genommen haben und Sie dürfen jetzt Ihren Bildschirm teilen. Ja, auch von mir ein Hallo und ich freue mich, dass ich heute auch hier bin zum allerersten Mal bei der Veranstaltung. Und ja, es ist schön, doch Vielfalt aus allen drei Bundesländern zu sehen. Ein paar bekannte Gesichter hatte ich auch schon entdeckt. Und ich möchte Ihnen heute gerne das Projekt MINT-Kids MV, also frühkindliche MINT-Bildung im Bundesland-Mitglieds-Vorpommern einmal präsentieren. Ich glaube, Sie haben kurz Tonprobleme mit dem Mikro, vielleicht nochmal neu ausrichten oder ist das Mikrofon am Laptop? Ja, naja, das andere funktioniert. Dann ist da nämlich oft die Hand drüber, wenn das vorne ist. Aber ich gebe dann nochmal Bescheid, wenn wir Sie nicht gut verstehen. Können Sie mich jetzt besser verstehen? Geht das jetzt besser? Ja. Ja, gut, dann nochmal. Also ich möchte Ihnen heute gerne das Projekt MINT-Kids MV vorstellen. Das ist also ein Netzwerk für frühe MINT-Bildung im Bundesland. Und gegründet wurde das Ganze im November 2016. Und wir freuen uns, dass das Netzwerk eben seitdem auch stetig wächst, wir immer mehr regionale Angebote auch präsentieren können und zunehmend mehr im Austausch auch mit Akteuren der MINT-Bildung sein können. Und das Projekt wird gefördert zum einen vom Land mit dem Vorkommand, also vom Ministerium für Bildung und Kita-Förderung, so wie es jetzt neu ist, und von der Nordmetallstiftung. Das ist also die Stiftung für Metall- und Elektroindustrie, die ganz viel im Bereich der MINT-Bildung auch unterwegs ist und dort Unterstützung leistet. Und das Projekt selbst ist beim Bildungswerk der Wirtschaft angesiedelt. Ja, was sind die Ziele also heute? Ich möchte MINT-Kids MV gerne als Netzwerk vorstellen, auch wenn es nicht alle hier heute betrifft, weil es ja auch mit dem Vorkommand ausgelegt ist, möchte ich trotzdem gerne als Impuls geben, wie Netzwerkarbeit eben sein kann. Denn das ist ja ganz vielfältig. Es wird auf unterschiedlichste Weise gelebt. Und heute einmal das Beispiel, wie es bei MINT-Kids MV also läuft. Das Ziel des Projektes ist es, Kitas und Bildungseinrichtungen, also Kita, Hort, aus Grundschulen, aber auch Tagesmütter, Tagesbeter, möglichst viele MINT-Angebote vorzustellen, zu bündeln und damit den Kindern schon möglichst früh den Zugang zur MINT-Bildung zu ermöglichen, zur Teilhabe. Und deshalb sind die Zielgruppen auch schon die ganz kleinen, sprich die Kinder aus dem Krippenalter, also von null an Bildshof, in die Grundschulen, sprich in die Hortbetreuung hinein. Und verbunden mit den Bildungsangeboten steht natürlich auch immer, dass das Ganze nicht allein nur aber MINT-Bildung ist, sondern damit geht natürlich immer einher, dass auch andere Kompetenzen, die die Kinder entwickeln, ja mit kombiniert sind. Das heißt, es geht ja auch um die Sprache, um die Motorik, um das Sozialverhalten, das alles dreht sich natürlich immer gemeinsam, auch mit der MINT-Bildung zusammen. Und damit das Ganze auch tatsächlich bei den Kindern ankommt, setzen wir dort an, nämlich bei den Fachkräften, den pädagogischen Fachkräften und den Lehrkräften, die die Kinder halt auf diesem Wege der Bildung begleiten. Das sind also die wichtigsten Ziele, die wir im Projekt erfolgen. Hier nochmal kurz dargestellt. Zusätzlich sind wir dabei, ein Pool aus Trainerinnen und Trainern aufzubauen, als Multiplikatoren, die halt in der MINT-Bildung ganz aktiv sind. Das findet man auf unserer Webseite, das kommunizieren wir auch, eben auch Veranstaltungen gerne. Und diesen Pool erweitern wir auch stetig. Zusätzlich leisten wir unseren Beitrag bei der Qualitätsentwicklung im Land. Das heißt, wir sind Mitglied eines Fachbeirates, der sich damit beschäftigt, welche Bedarfe es im Land gibt. Dazu zählen eben Mitglieder aus dem Bereich der Bildung, aus dem Bereich der Wirtschaft, der Wissenschaft, des Ministeriums und den Kitas. Und da suchen wir eben gemeinsam nach Bedarfen, nach Lösungsvorschlägen, wie kann man die Themen angehen, wie kann man umsetzen und in welchem Rahmen kann eben auch MINT-Kist an V seinen Beitrag dazu leisten. Das ist einer unserer Arbeitspunkte im Pool. Ich habe schon gesagt, also Bündeln und Transparenz machen von Bildungsangeboten ist eines unserer Hauptaufgabenfelder und wir haben es ja vorhin schon gehört. Das Interesse an MINT ist groß, also Naturwissenschaft, Technik, das sind Themen, die Kinder natürlich ganz schnell begeistern. Aber für viele ist es halt schwierig, diese Angebote überhaupt zu finden, zu schauen, wo ist denn etwas, in welcher Region. Wir sind ein Flächenland und da ist es gar nicht immer so einfach zu sagen, okay, eine Fortbildungsveranstaltung wäre gut, das Thema interessiert mich, aber wer bietet dann sowas an und wo und an wen wende ich mich? Und was gibt es für unsere Einrichtungen? Wo können wir hingehen? Das sind so Sachen, das kostet viel Arbeit und viel Zeit und die fehlt in der Regel in den Einrichtungen. Und deshalb bündeln wir das Ganze. Wir suchen also im ganzen Land verteilt Angebote. Da sehen Sie hier mal so zusammengefasst ein paar große Punkte, die sehe ich nachher auch nochmal so an Einzelbeispielen. Wir haben zum einen den großen Bereich, der Versuch macht klug, Experimentierstationen. Das ist also ein Angebot, was Minfix tatsächlich selber mag. Da komme ich später nochmal drauf. Wir arbeiten zusammen mit dem Haus der kleinen Forscher, die auch Mitinitiatorin bei der Gründung von Minfix waren. Das, denke ich mal, kennen viele von Ihnen auch, denn das sind ja landes-, also bundesweite Angebote, die dort von der Stiftung kommen. Wir haben, wir haben MINF-Museen im MV, die haben wir also aufgenommen. Das sind Partner, die also auch in diesen Bereichen ganz viele Angebote für Kitas machen, für Kinder, für Grundschulen. Die haben wir dort zusammengepasst. Genauso gibt es den Bereich Wettbewerbe und Förderung. Da geht es zum einen darum, Wettbewerbe als Einrichtung, aber natürlich auch direkt für die Kinder und Förderung. Was kann ich tun? Wo kann man eventuell Unterstützung anfragen? Das sind so dann die Themen. Wie gesagt, der Trainerpool, sehen wir auf der rechten Seite, sehen wir immer fortlaufend ergänzend. Zum Thema Mathematik haben wir eben auch die Welt der Zahlen. Das ist auch immer ein gern gesehener Bereich. Wir haben den Bereich Wald, Natur und Wildnis. Wir haben Lebenswertes. Das ist in dem Fall eine Sammlung von Literatur, von Fachzeitschriften, die wir vorstellen, die einfach auch als Anregung gelten sollen. Was kann man in der Einrichtung nutzen? Was gibt es im Moment an aktuellen Materialien und wo bekomme ich die her? Mitunter kostenlos, mitunter ja auch über bestimmte Bildungsträger zu haben. Dort geben wir eben auch noch mal Anhaltspunkte und Vorschläge. Ganz zum Schluss haben wir noch den Bereich MINT Fluenza. Das ist auch ein MINT Kids eigener Bereich, bei dem wir unter anderem eben selber Materialien herstellen, Anleitungen und Ideen, die in der Kita halt in den Bereich Physik, Chemie, Biologie auch Anwendung finden. Aber eben auch über Facebook und über Instagram nutzen wir einfach die Chance, um auch dort Impulse zu setzen und auch als Netzwerk Verknüpfung zu schaffen. Das ist also der MINT Kids eigene Bereich. Ich habe jetzt mal ein paar Auszüge, die Sie auch alle auf der Webseite finden. Also für uns ist ja die MINT Kids Webseite so, ich sage mal, das Netzwerk Zentrum, in dem wir halt die ganz vielen Angebote und Veranstaltungen, die wir so haben, dann in die Breite streuen. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Beispiele für Sie auch geführt, die es gibt. Also im Bereich MINT und Museen gibt es beispielsweise bei uns das Pantechnikum aus Wismar. Da wird die Welt der Technik vorgestellt. Dort können Kinder in Form von Gruppen, auch Kindergartengruppen, Klassen, können dort hinkommen und machen dann an zahlreichen Experimentierstationen, also Versuche rund um die Thema Technik. Das ist so ein Angebot, was wir zum Beispiel auch haben. Wir haben das Otto-Lilien-Teilmuseum, wo es eben auf dem Flugplatz um die Welt des Fliegens geht, um die Welt der Luft. Warum brauche ich einen Motor? Warum eben auch nicht? Wie funktioniert das Ganze mit einem Segelflugzeug? Also das sind so externe Lernorte, die es im Land gibt und die eben auch über das ganze Land verstreut sind. Man muss sich ja nichts vormachen. Eine Kita, die sagt, wir möchten heute einen Ausflug machen, fährt natürlich jetzt nicht unbedingt um den ganz östlichen Teil von Anklam bis nach Schwerin. Drei Stunden mit dem Bus und wieder zurück. Deshalb versuchen wir natürlich Angebote aus ganz MV zu sammeln, sodass auch in jeder Region dort etwas zu finden ist. Das ist also das Ziel. Da haben wir beispielsweise aus dem östlichen Teil das Ozeaneum. Der eine oder andere kennt das vielleicht auch, ist recht groß. Und da gibt es die Reihe Minis im Museum. Das ist zum Beispiel etwas für die kleineren Kinder, also die Kindergartenkinder. Und da gibt es Lerneinheiten, wo man als kleiner Meeresforscher halt aktiv wird. Dort werden Meerestiere beobachtet. Dort wird geschaut, wie funktioniert der Körperbau von Fischen, welche Verhalten haben die Tiere. Man kann dort die verschiedensten Lebewesen untersuchen und natürlich am Ende gehört dort auch der Besuch des gesamten Ozeaneums. Das ist also ein riesengroßes Museum und das sind so Angebote, die sind dann explizit in ihren Reihen auch für kleine Forscherinnen und Forscher ausgelegt. Das nächste, was wir noch haben, ist ja die Welt der Zahlen. Und das ist ja etwas, was viele von Ihnen aus dem Alltag in den Einrichtungen ja auch kennen, also rund um Zahlen, um Mengen und Größen und Formen. Das ist ja das, worum es schon bei den ganz, ganz Kleinen geht. Und um einfach dort Anreize zu schaffen und Ideen zu schaffen, haben wir hier zum Beispiel mal drei Beispiele aufgeführt, bei denen es um entsprechende Projekte geht in der frühkindlichen Bildung. Das ist einmal das Zahlenlernen von Professor Preiß. Ist schon für Kinder ausgelegt ab zweieinhalb Jahren, also auch für die Kleineren, bis hoch zu der Grundschule. Und dort geht es eben, die mathematische Bildung im ganzheitlichen Prozess zu erleben und zu sagen, Mathe im Alltag. Wie funktioniert das überhaupt? Wo steckt das überall drin? Und wie kann man das spielerisch einfach erleben? Und damit möchte man schon die Brücke schlagen, von den Kleinsten hin bis in die Grundschule, wo ja diese Themen dann immer, wie soll ich sagen, ja eigentlich immer vertiefender werden. Da will man schon ansetzen und neben den Kindern gibt es auch parallel die Fortbildungsangebote dann für die Erzieherinnen und Erzieher, genauso wie es Fachbücher zu den Einzelnen. Genauso haben wir die kleine Welt des Erforschens. Das ist zum Beispiel etwas in erster Linie für Vorschulkinder gedacht. Und dort geht es schon expliziter um die Bereiche der Chemie und Physik. Das sind ja Sachen, die bei den Kleinen immer noch so ein bisschen im Allgemeinen untergehen, aber für die Vorschulkinder ist das oder für die Grundschulkinder natürlich schon ein ganz wichtiges Thema. Und das wird dort zum Beispiel auch gegriffen, indem man Versuche und Experimente macht. Das heißt, das ist ein außerschulischer Lernort und dort werden die Kinder aktiv und bauen in der Werkstatt. Dann kann man diese Sachen gemeinsam in der Gruppe erleben. Man kann das mitnehmen, man kann das zu Hause präsentieren, man kann es ausstellen und dort wird schon der Zusammenhang zwischen der Physik und der Chemie im Alltag gelegt. Das ist also zum Beispiel auch so ein Angebot, was es in MV gibt. Ich glaube, man sieht schon, die Vielfalt ist groß und von daher haben wir auch diese vielen Unterkategorien, weil wir einfach gesagt haben, damit man das auch so ein bisschen nach den Interessen klettern kann. Und da teilen wir das, damit das Ganze übersichtlicher bleibt. Und wir stehen mit den Partnern halt immer in Kontakt auf und schauen, dass wir möglichst auch auf aktuellen Stand dann verweisen. Sieht das mit meinem Ton so? Alles wunderbar. Also bei uns kommt es gut an. Ich hoffe, bei dem Rest der Teilnehmenden dann auch. Aber ich denke, sonst hätten wir schon einen Hinweis bekommen. Danke. Gut, danke schön. Ja, hier der nächste Teil, das ist Wald, Natur, Wildnis. Da haben wir ja auch zum Beispiel Waldschutz Zukunft. Da haben wir ja heute auch vom Landforst MV jemand dabei. Und das sind also alles die Themen rund um den Wald auch. sollen ebenfalls als Anregung dienen. Häufig verbunden ist das Ganze mit der Schulung und der Weiterbildung für die pädagogischen Fachkräfte, Erzieherinnen, Erzieher und eben Lehrer, um den Einstieg in die Thematik zu schaffen. Und wir hatten vorhin schon kurz in dem Breakout-Round darüber gesprochen, dass es ja gerade einen großen Unterschied macht, ob ich jetzt in einer Kita bin, die im ländlichen Raum aktiv ist oder eben ansässig ist, umgeben von Natur und Wald, oder ob ich tatsächlich aus einer Einrichtung komme, ob Kinder in einer Einrichtung sind, die vielleicht in einer größeren Stadt sind und die diesen Waldgezug gar nicht so haben. Und deshalb sind diese Angebote natürlich auch ganz beliebt. Hier mal so als Beispiel haben wir noch die Wildnisschule Seenland. Das ist also eher so im westlichen Teil. Das ist in der medienborischen Seenplatte. Dort gibt es wöchentliche Angebote. Das heißt, man hat halt über mehrere Tage hinweg sind die Kinder dort. Es gibt Kinderkämpfe. Es gibt aber auch Erwachsenenschulungen, bei denen also der Einstieg in die Natur, das Leben im Wald, aber auch die Landschaft und die Natur um sich herum wird dann innerhalb dieser Woche beobachtet, erforscht. Und das Ganze auch in Verbindung mit den Tieren, die halt dort sind. Und das ist natürlich etwas, was bei Kindern auch immer ganz beliebt ist. Also das sind so Beispiele. In der Tura hatten wir, glaube ich, auch schon einmal vorgestellt. Wir haben unzählige Angebote und wir versuchen halt von Minsk jetzt immer, möglichst viele darzustellen. Hochqualitative Angebote, wo wir wissen, okay, das ist auch geeignet und umsetzbar für die Einrichtung entweder als außerschulischer Lernort, das auch gerne benutzt wird, aber es wird ja auch im Alltag viel MINT-Bildung durchgeführt. Und da sind halt auch immer Angebote dabei, die dazu dienen, auch die Fachkräfte zu schulen, die die Interesse haben an MINT, die die vielleicht auch schon ganz aktiv sind, nochmal neue Impulse zu geben, um dann auch MINT im Alltag zu leben. Und wirklich im Haus auch aktiv sein zu können, in der Einrichtung und auch in, gerade im Hortbereich, der ja doch auch manchmal nicht so abwechslungsreich ist, wie man ihn sich vielleicht wünscht. Dann haben wir noch den Teil Lesenswertes. Das ist für uns also der Bereich, in dem wir Literatur vorstellen, in dem wir Ideen liefern, was gibt es aktuell. Das können Bücher sein, das können Lesereien sein. Wir haben hier zum Beispiel den Teil Lesen, Staun und Forschen. Das ist von der Klaus-Schürrer-Stiftung und der Stiftung für Lesen erarbeitet worden. Und da wurden beispielsweise 50.000 Exemplare an Kitas in ganz Deutschland ausgegeben. Das sind auch Materialien rund um MINT. Das sind so Sachen, oder auch die Entdeckerfiebeln, die kennen vielleicht auch die einen oder anderen. Das sind regelmäßig wechselnde Themen, die dann auch im Kleinformat an die Kitas gehen, um einfach auch dort zu sagen, man hat direkt etwas in der Hand, was man halt auch den Kolleginnen und Kollegen mitbringen kann. Und was man dann immer mal wieder aus der Schublade holt, sage ich mal, um die Themen wieder aufzugreifen und auch um Anregungen zu können. Das sind so Beispiele. Genauso haben wir den Verweis auf Zeitschriften. Zum Beispiel Forst mit, das ist ein Magazin, das ist der kleinen Forscher. Wir haben auch vom Ministerium für Bildung einmal das Forscher-Magazin, das kommt zweimal im Jahr raus. Und so gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten, wie man auch regelmäßig zu diesen Themen einfach auf aktuellen Stand gehalten wird und dann Möglichkeiten hat, das Ganze einfach aufzugreifen. Ja, einer der Punkte sind noch das Thema Wettbewerbe und Förderung. Da hatte ich ja vorhin schon mal kurz zu gesagt, es gibt verschiedene Wettbewerbe, die sind eben auch mitunter bundesweit. Da war zum Beispiel der Forschergeist ein Wettbewerb, der bundesweit war oder auch der Deutsche Kita-Preis. Und es gibt auch noch zuletzt der Kreativpreis vom Braunhofer-Institut. Da war es zum Beispiel auch so, dass es darum ging, die Erzieherinnen und Erzieher zu motivieren, eben spielerisch mit zu entdecken. Das heißt, selber aktiv zu werden und mit den Kindern halt dann Möglichkeiten zu erarbeiten und Beispiele zu bringen, wie es denn in der eigenen Einrichtung sein kann. Die andere Möglichkeit ist eben auch noch zu sagen Wettbewerbe. Oder es gibt noch die Forscherflüchse, das ist zum Beispiel auch von der Hans-Biedel-Stiftung. Dort geht es insbesondere auch um die Unterstützung von kleinen Kitas und kleinen Trägern. Und dort kann man Ideen einrichten, einreichen, wie man zum Beispiel MINT-Bildung im eigenen Haus umsetzen will, welche Projekte und Ideen es dazu gibt. Und dann gibt es dort mit Unterförderung finanzielle, die bis über mehrere Tausend Euro dann in einem Zeitraum von drei Jahren zum Beispiel ausgegeben werden. Also das sind so Möglichkeiten. Wir möchten eben auch dazu aufrufen, aktiv zu werden. Aktiv zu werden in der Arbeit, aber eben auch, um langfristig in den MINT-Bereichen agieren zu können, muss natürlich auch entsprechend die Kita dafür ausgestattet sein. Sei es draußen auf dem Gelände oder eben auch einfach mit Lernmaterialien drinnen. Und selbst da versuchen wir Möglichkeiten auch zu zeigen, wie kann man sich dort Unterstützung in den Einrichtungen bringen. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Und man darf nicht vergessen, Lernmaterialien sind ja nun mal auch sehr preisintensiv. Das kommt ja auch nicht. Ja, und unten haben wir noch die Trainerinnen und Trainerpool. Das ist also jetzt hier einfach mal ein Auszug. Da haben wir also ganz viele Kooperationspartner, die eben auch Ansprechpartner sind. Und wenn jetzt jemand aus einer Einrichtung sagt, okay, ich möchte gern etwas zu dem und dem Thema machen, an wen kann ich mich da vielleicht wenden, dann findet man hier eine große Auswahl mit den Kontaktdaten. Und da kann ich auch als Netzwerkerin immer nur sagen, wenn Sie jemanden kennen oder wenn jemand jetzt dabei ist, der sagt, ja, also ich würde das auch machen. Ich bin gerne bereit, dort Unterstützung zu leisten und mich daran zu beteiligen am Netzwerk, dann freuen wir uns natürlich auch über jeden, der Kontakt dann zu uns aufnimmt und das Netzwerk damit weiter erweitert. Neben den Angeboten, die wir bündeln, haben wir auch eine Zusammenstellung von Veranstaltungen auf unserer Webseite. Wir schauen also immer im Land mit unseren Netzwerkpartnern, welche Angebote gibt es da. Die findet man dann bei uns auch mit dem Filter über die nächsten Monate hinweg immer über das ganze Land gesehen. Was wird angeboten? Das sind in erster Linie immer Angebote für Erzieherinnen und Erzieher. Und hier sieht man schon, es ist doch ganz verschieden. Also wir haben den mathematischen Bereich, wir haben MINT, da ist auch der Kindergärtentag bei, der ja dieses Mal in MV über drei Monate geht, weil das Ganze Corona-bedingt online ist. Wir haben Naturhandwerk, wir haben Mathe. Das zweite Angebot, was Sie sehen in grün, das ist ein MINT-Kids-eigenes Angebot. Das ist eben das, was wir selber vorführen, die Versuch-Machflugstationen. Und auf der Webseite finden Sie halt eine ganze Menge Angebote, die immer weiter fortgeführt wird. Und auch da wieder der Appell, wenn jemand dabei ist, der sagt, wir bieten auch MINT-Bildung an, bei uns kann man dies und das, die eine Veranstaltung buchen oder auch für Kinder bieten wir die und die Kurse an, dann auch gerne immer an uns melden. Und wie gesagt, wir versuchen so möglichst breit gefächert den Austausch zu fördern. Neben der Transparenz führt MINT-Kids natürlich, um die Netzwerkarbeit zu unterstützen, auch eigene Veranstaltungen durch. Das sind mehrere. Wir haben einmal die Mini-Fachtage. Und die nennen sich eben Mini, weil sie nur viereinhalb bis fünf Stunden gehen. Das ist also keine Ganztagesveranstaltung. Sondern in der Regel ein halber Tag, an dem es darum geht, einmal einen Impuls zu geben in Form eines Vortrages. Und im Nachgang wird das Ganze dann immer mit dem praktischen Teil verknüpft, indem wir eben Workshops geben, bei denen die Teilnehmerinnen aktiv etwas erschaffen. Also so wie es in der Kita dann auch ist oder in der Einrichtung, in der man mit den Kindern am Tisch sitzt oder draußen ist und etwas macht, so wird es dort im Präsenz-Team auch sein. Und das ist ja etwas, was auch wunderbar ist, um Inspirationen zu bekommen und auch für den Austausch. In der Regel haben wir das, mal ausgeklammert von Corona, halt immer in Präsenz. Und das ist natürlich immer schön, dort auch in die Diskussion zu kommen und auch da ein Netzwerk zu schaffen, einfach zwischen den Kitas, die schon ganz aktiv sind und denen, die vielleicht auch das erste Mal dabei sind und sagen, eigentlich finde ich das Thema ganz gut, aber so richtig traue ich mich da noch nicht ran. Und das ist eben dann der Punkt, wo wir versuchen wollen, diese zusammenzubringen und dann auch das Ganze eben weiter voranzubringen. Der letzte war, oder die letzten zwei Fachtage, das waren jetzt im März, dort ging es um den Kita-Alltag in der, MINT im Kita-Alltag und coronabedingt war das aber noch online. Wir haben halt auch über die Corona-Zeit gemerkt, ja, online geht auch, MINT ist eigentlich ein Fach oder ein Fachbereich, dem es zu leben gilt, aber man kann es auch online machen. Ich glaube, auch in den Bereichen haben wir alle viel dazugelernt und wir haben es beispielsweise so gemacht, dass die Teilnehmenden, die sich angemeldet haben, haben für den Workshop-Teil ein Paket bekommen, ein kleines Forscherpaket, so wie wir es nennen, mit ganz vielen Materialien, die wir eben dann für den Workshop-Bereich gebraucht haben. Das heißt, es saß dann trotzdem jeder, wenn auch für sich alleine oder drei oder vier Teilnehmenden aus einer Einrichtung zusammen und hat etwas selber geschaffen. Also auch das geht im Online-Format. Im Gegenzug dazu bietet MINT-ITS-MV alle zwei Jahre einen großen Fachbereich an. Dieser ist dann umfangreicher, findet normalerweise auch in Präsenzform statt und dort ist es dann so, dass wir in der ersten Runde Impulsvorträge haben von verschiedenen Experten aus dem Bereich der Bildung, der Forschung, ganz unterschiedlich. Es gibt Diskussionsrunden, es gibt eben auch den Markt der Möglichkeiten und es gibt danach den Workshop-Teil, der dann frei wählbar ist zu mehreren MINT-Themen. Und zuletzt war es eben so, im letzten September, wo ja Corona auch noch ganz aktuell war und vieles einfach nicht ermöglicht hat, haben wir es das erste Mal in hybrider Form gemacht. Das heißt, wir haben drei Standorte gehabt, Neubrandenburg, Schwerin und Rostau. Und dort war es so, dass die Teilnehmenden vor Ort da sein konnten, direkt im Raum und online konnte man sich zusätzlich noch hinzuschalten und hatte dann die freie Wahl, an den verschiedenen Workshops teilzunehmen. Das ist eine Kombination, die schon sehr herausfordernd ist, muss man sagen. Es funktioniert, es ist herausfordernd. Muss man sich aber durchaus bewusst sein, wir haben daraus gelernt, dass das vielleicht nur im großen Rahmen machbar ist. Aber es geht und ansonsten haben wir diesen Fachtag halt immer in Präsenzform. Und zum Schluss, eines der Sachen, die besonders beliebt in den Einrichtungen sind, das sind unsere Versuchmachtflug-Experimentier-Stationen. Das sind also insgesamt ein Set aus 19 Stationen und die sind so geschaffen, dass die Kinder eben die Naturwissenschaft und die Phänomene, die es gibt, selber erforschen. Also es geht nicht darum, dass die Erzieherinnen und Tier das Ganze mit den Kindern aktiv machen und ihnen zeigen und ausprobieren, was es denn heute gibt, sondern die Kinder sollen ganz allein und selbstständig in der Gruppe die Phänomene einfach erfüllt. Und die Fachkräfte sind in dem Fall eher die wir treuer. Insgesamt gibt es 19 Stationen und ich habe hier einmal aufgeführt, also wir haben die Thematik Licht, Spiegel, Farben, Schatten, Elektrizität, Magnetismus, Wasser und Luft. Das ist also so ein rundum-Minn-Paket und das bekommen die Einrichtungen stets für vier Wochen. Die werden also per Spedition geliefert, bleiben vier Wochen in der Einrichtung und gehen dann direkt in die nächste Einrichtung. Und das wird auch sehr gut ankommen, weil das natürlich viele Stationen sind mit ganz unterschiedlichen Zielen und die sind eben so genau, dass es für verschiedene Altersgruppen sehr gut geeignet ist. Entschuldigung, Frau Barchfeld, nochmal ein kurzer Hinweis zum Ton. Vielleicht hatten Sie Papier am Laptop oder so, es raschelt zwischendrin etwas. Das konnte man die letzten Sätze nicht so gut verstehen, aber genau, nur kurz der Hinweis, dass... Okay, ja, danke. Ja, also wie gesagt, das sind Experimentierstationen, 19 Stück, bei denen eben die Kinder, die aktiven sind und die Kitas bekommen die für vier Wochen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir haben insgesamt zwei von diesen Gesamtpaketen und die sind also das ganze Jahr über von Kita zu Kita auf Reisen und im Vorfeld gibt es dazu immer eine Schulung, an der mindestens eine der Fachkräfte aus den Einrichtungen teilnimmt, um einfach den pädagogischen Hintergrund davon zu erfahren, um zu sehen, was ist in diesem Set enthalten und wie funktioniert das Ganze. Ich habe hier in der nächsten Folie noch mal ein paar Beispiele, dass man sich vorstellen kann, was das denn sind. Für Experimentierstationen, Sie sehen also, auf der linken Seite haben wir zum Beispiel eine große Wippe, da ist in der Mitte auch eine Wasserwaage eingebaut. Da müssen Kinder also versuchen, Gewichte auszugleichen, die Hebelkraft zu nutzen. Im Hintergrund sieht man eine Kugelbahn, die magnetisch ist. Im oberen Teil, in der Mitte sehen Sie zum Beispiel das Thema Druckluft mit einer Hebebühne, wo die Kinder halt über die Pumpe selber merken, okay, damit kann ich also das Mädchen beispielsweise, was jetzt auf diesem Luftkissen steht, anheben. Und das sind alles so Experimente, die machen die Kinder alleine oder eben die hier in der Gruppe zu zweit, zu viert. Und das sind immer ganz spannende Sachen, weil die Kinder immer so einen Aha-Effekt haben. Und deshalb die Stationen sind halt alle auch so gemacht, dass sie halt kindersicher sind natürlich, dass sie gut transportabel sind. Die sind in der Regel aus Holz gefertigt. Und auf der rechten Seite sieht man nochmal eine Brücke, die dort gebaut wird. Und diese Stationen gehen eben alle vier Wochen auf Reisen. das ist ein Angebot von MINT-Kids. Und das ist auch wieder so ein Beispiel, MINT muss man aktiv leben. Und über diese Experimentierstation wecken wir auch das Interesse. Und es gibt immer die Möglichkeit, bei einem Begleitheft, was dazu ist, mit Bauanleitungen, dass auch die Einrichtungen sagen können, wir fanden die und die Station so super, dass es richtig gut angekommen bei den Kindern, dass eben die Einrichtungen dazu animiert werden, so etwas mitunter auch nachzubauen, denn das ist in dem Fall ja kein Hexenwerk. Um dann weiter auch an diesen Themen aktiv dabei zu sein und auch den Einstieg zu schaffen in die Thematik. Das ist also genau noch eines der ganz beliebten Angebote. Wir haben auch nächsten Samstag jetzt die Schulung dazu und auch da sind wir schon wieder ganz gut bei den Anmeldungen. Also ja, so viel mal zum Überblick. Ich glaube, das war jetzt schon recht viel, aber einfach mal um zu zeigen, wie Netzwerkarbeit im MINT-Bereich gehen kann. Das ist das, was wir bei MINT-Kids eben seit Jahren tun und auch immer wieder versuchen aufzubauen, zu aktualisieren, um möglichst viel zu animieren, zu zeigen, es geht, es gibt so viele Möglichkeiten, auch im Flächenland. Man muss sich halt nur trauen und man muss wissen, wo man das Ganze findet. Und dafür ja, stehen wir im Projekt. So, ich glaube, die Präsentation kann ich stoppen. Wow, großartig. Vielen, vielen Dank, Frau Barchfeld. Ja, nicht nur für das landesweite Engagement, das Sie eben in dieser Netzwerkarbeit leisten, sondern auch ja für den heutigen Beitrag. Ich denke, damit haben Sie nicht nur unsere Themen erweitert, sondern auch eben die Angebote, die oder die Ziele, die wir verfolgen, über möglichst viele Angebote auch zu informieren, zu inspirieren, auch über die Bundeslandflächen hinaus, die Grenzen hinaus. Und ich sehe, also das ist besonders wertvoll für heute, weil es eben zeigt, wie groß, also wie viele Schnittstellen es zwischen den Themen gibt und wo sich überall dann auch die Nachhaltigkeit und die Bildung für nachhaltige Entwicklung ja austoben kann und wie viele verschiedene Akteure da aktiv sind und ja, also wirklich großartige Arbeit, allein diese Bündelung an Informationen und das Zusammenbringen von den verschiedenen Akteuren. wir haben bereits zwei Fragen im Chat. Frau Krebs fragte, gibt es auch was für draußen? Meine Gegenfrage wäre, bezog sich das genau auf die Experimentierstation, weil die Frage zu diesem Zeitpunkt kam, oder grundsätzlich auf die Experimentierstation? Super. Genau, wäre die Frage. Also die Stationen sind ja gemacht für drinnen und draußen. Also man kann sie draußen einsetzen, wir haben etwas mit Luft, wir haben etwas mit Wasser, das ist natürlich für draußen auch immer recht schön. Man kann sie eben transportabel nutzen, wo sie gerade geeignet sind. Also mitunter wechselt das auch bei Einrichtungen von Kita rüber in den Hort, in den Schulbereich und ich hatte letztens gerade mit einer Erzieherin gesprochen, die total begeistert war und sagte, oh, es ist so toll, es wird auch nicht langweilig, die Stationen stehen im Hort, werden nachmittags von den Kindern dort, von den Grundschulkindern dann ganz aktiv genutzt und am Vormittag, wenn diese im Unterricht sind, gehen halt die Kita-Gruppen rüber und ja, experimentieren. Das sind halt Sachen, die Stationen sind ganz kompakt gebaut, weil sie ja auch immer zum Transportieren jetzt nicht erst in tausend Teile zerlegt werden sollen. Also wir haben das immer so, dass ich habe eine feste Spedition, die bekommt halt dann die entsprechenden Transportaufträge, die kommen, diese ganzen, in der Regel sind das ja Holzstationen, werden also genommen und dann zur nächsten Kita per Spedition gebracht, da entstehen eben auch keine Kosten für die Einrichtungen, also durch die, durch die Förderung vom Land sind alle unsere Angebote, die MINT-Kits selber macht, so wie jetzt die Fachtage, Versuch, machst du kostenfrei für alle Teilnehmenden, genauso, wenn sie jetzt Angebote auf der Webseite machen wollen, auch das ist alles kostenlos, ja, das ist, das ist die Möglichkeit, also den Spielraum hat man, wo man das bekommt. Ja, auf die Kosten wollte ich dann auch gleich noch hinaus, ob da ja für den Versand irgendwie noch was notwendig ist, aber das ist ja großartig. Genau, zu dem Versand selbst ist auch noch hier die Frage im Chat, werden die Stationen auch in andere Bundesländer versendet oder bezieht sich das wahrscheinlich auf MV? Da muss ich leider sagen, nein, also MINT-Kits ist ja nun mal ein Netzwerk von Mecklenburg-Vorpommern und die Angebote, die ich jetzt vorgestellt habe, sind ja größtenteils auch im MV ansässig und das geht leider fördert nicht. Also ich selbst kann dazu sagen, dass wir auf jeden Fall auch auf andere vergleichbare ja Ausleihmöglichkeiten von solchen Materialien auch gestoßen sind. Wenn Sie mir Frau Müller dann noch einmal sagen, welchen Bundesland ich da vielleicht nochmal genauer nachschaue, dann mache ich das gerne und leite das dann an Sie weiter, wenn ich solche Möglichkeiten finde. Aus Hamburg, super. Dann haben wir noch die Frage, was geschieht, wenn etwas beim Gebrauch der Experimentierkisten in den vier Wochen kaputt geht? Sehr gute Frage. Ja, da kann ich ganz einfach sagen, Sie bekommen Ersatz. Also es ist immer so mit den Eingrichtungen abgesprochen, dass sobald die Stationen geliefert werden von einer zur anderen Kita, dass dann einmal bitte geguckt wird. Es gibt ja immer so ein Material dazu, wo eben auch alle Stationen wirklich in allen Einzelteilen einmal dargestellt sind, was man guckt, ist alles da, weil natürlich bei 19 Stationen kann auch schon mal etwas in der einen Kita zurückbleiben. Das ist natürlich, die Kinder spielen damit, dann wird auch mal was anstatt, dass es zur Station gehört hat, mit in die Spielzeugkiste weggeräumt, weil sie ganz fleißig aufräumen. Das ist dann gar kein Problem, da kriege ich dann einfach die Info, Frau Weichfeld, hier fehlt dies und das oder die Druckluftpumpe ist kaputt gegangen, dann kümmere ich mich ganz einfach um kostenfreien Ersatz und lass ihnen dann Ersatzteile zukommen oder mitunter muss auch mal was getauscht werden oder was nachgeliefert werden, das ist in dem Fall gar kein Problem, denn die Stationen gehen durch Hunderte von Kinderhänden, was ganz toll ist und was auch das Ziel ist und das bedeutet aber natürlich auch Verbrauch und Verschleiß, das ist in dem Fall ganz normal. Ja, ich denke, das senkt erheblich die Hemmschwelle, dieses Angebot dann auch in Anspruch zu nehmen, auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Gut, den Hinweis, dass ich für Schleswig-Holstein da auch nochmal explizit nachschaue, was solche Ausleihmöglichkeiten anbelangt, nehme ich gerne auf und warte noch einen kurzen Moment, ob noch Fragen kommen und ob ich eine übersehen habe. Gut aus. Ja, dann erstmal vielen Dank an Sie nochmal, Frau Barchfeld, sehr wertvoller Beitrag, und wir kommen jetzt zum finalen Vortrag von diesem Informationsblock. Er wird eine Mischung sein, einerseits von einer Bewerbung des Angebotes im Klimabildungszentrum in Primahaven. Gleichzeitig haben wir uns aber auch speziell dieses Thema ausgesucht, um da so ein bisschen einen leichten Fachbeitrag auch noch leisten zu können. Und zwar, ja, warum Klimabildung und Klimakommunikation für die Welt von morgen so wichtig ist und wie das Ganze gestaltet werden kann, damit es zielorientiert auch geschieht, wird uns jetzt Frau Christina Kowalczyk von der Deutschen Klimastiftung präsentieren. Und ich freue mich sehr, ja, jetzt hier mit einladen zu können, den Bildschirm zu teilen. Ja, vielen Dank. Hallo in die Runde. Dann versuche ich das doch direkt mal einmal mit dem Bildschirm teilen. und hoffe, dass man das jetzt sehen kann. Perfekt. Vollbild. Sehr schön. Perfekt. Super. Ja, dann auch noch mal von mir ein herzliches Willkommen zu dem kurzen Impuls zum Thema Klimabildung für die Welt von morgen. Ja, warum ist das wichtig und ja, wie kann, wie kann sie gelingen? Dann mal ganz kurz, was habe ich, was habe ich an Themen mitgebracht? Herr Mrosch hat es ja gerade schon gesagt, einmal möchte ich kurz vorstellen, wer ich bin und was ich mache und dann noch mal darauf eingehen, ja, der Klimawandel und die junge Generation, ja, wie beschäftigt oder welche Themen beschäftigen die junge Generation und ja, wie nehmen sie den Klimawandel wahr und gehe dann in einem nächsten Schritt noch mal drauf ein. Viele wissen ja schon um die Dringlichkeit, dass etwas zum Thema Klimaschutz gemacht werden muss, aber manchmal verhandeln wir ja, das erleben wir ja vielleicht auch bei uns selber einfach nicht so, wie wir es vielleicht auch gerne möchten, was da für ja psychologische Barrieren uns manchmal im Wege stehen können und wie wir sie ja auch überwinden können und dann eben entsprechend ja, wie eine Klimakommunikation auch gelingen kann und zum Abschluss ja noch mal ein ganz kurzer Impuls, ja, was es noch für Handlungsmöglichkeiten in den Schulen beziehungsweise Einrichtungen gibt, um eben entsprechend als Einrichtung ja auch ein gutes Vorbild für die Schülerinnen und Schüler beziehungsweise für die Kinder zu sein. Genau, das Klima-Bildungszentrum, in dem arbeite ich jetzt seit, ja gut, einem Jahr. Wir sind ein Projekt der Deutschen Klimastiftung und wir haben unseren Sitz in Bremerhaven und zwar sitzen wir im Klima-Haus. Jetzt würde ich einmal tatsächlich noch mal kurz die Präsentation stoppen und würde mich mal interessieren, vielleicht gerne einmal über die Daumen-Hoch-Funktion, wer kennt denn das Klima-Haus beziehungsweise war vielleicht sogar schon mal hier bei uns im schönen Bremerhaven. Ganz vereinzelt sehe ich noch mal welche. genau, für die anderen eine herzliche Einladung nach Bremerhaven zu kommen und sich vielleicht auch mal das Klima-Haus anzuschauen. Genau, wir bieten eben ja nicht nur für Lehrkräfte jetzt mit dem Klima-Bildungszentrum ein Angebot an, sondern auch vom Klima-Haus gibt es eben auch ganz vielfältige Angebote für Schulklassen und für Schulgruppen, dass man da eben entsprechend auch zu Klima-Themen arbeiten kann. Und dann wechsle ich einmal wieder zurück in die Präsentation. Genau, und mit dem Projekt Klima-Bildungszentrum bieten wir eben ein ganzheitliches Fortbildungsprogramm zur Klimakrise an. Das heißt also, ja, wir wollen Lehrkräfte phasenübergreifend vom Studium über den Vorbereitungsdienst bis hin ja zur Fortbildung ja befähigen, Wissen und Kompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung selber zu erwerben und dann natürlich auch zu erlernen, wie kann ich das denn jetzt auch an die Schülerinnen und Schüler weitergeben und diese motivieren und dazu befähigen ebenfalls ja sich klimafreundlich zu verhalten. Wie machen wir das Ganze? Also wir haben eine ganz- und Halbtagesfortbildung, die bei uns im Klimahaus beziehungsweise auch als Online-Angebot stattfinden. Es ist aber auch genauso möglich, dass man bei uns anfragt. Dann kommen wir für eine ganz- oder Halbtagesfortbildung auch in die Schulen und Einrichtungen und arbeiten da dann eben zu einem individuell abgestimmten Schwerpunkt, wenn sie sagen, vielleicht ist es nochmal interessant, dass wir uns anschauen, den Klimawandel nochmal in den Kontext unseres Lebensstils einzuordnen oder vielleicht nochmal so ein Update, was ist denn der aktuelle Stand in der naturwissenschaftlichen Forschung oder einfach zu schauen, dass man gemeinsam nochmal rangeht und sagt, wir möchten einfach ein bisschen Methoden kennenlernen, die fächerübergreifend genutzt werden können oder wie unsere Schule klimafreundlich werden kann. Mit unserem Projekt möchten wir eben die Standortkompetenz in den Klimawissenschaften und die Klimawandelwissensvermittlung in Bremerhaven nutzen und natürlich auch mit dem Projekt weiter ausbauen und dafür sind wir auch gerade dabei, MultiplikatorInnen auszubilden, die dann eben entsprechend auch die Inhalte weiter transportieren. Ja, was konkret machen wir jetzt? Ich sagte ja gerade schon einmal, es geht auch um naturwissenschaftliche Grundlagen und zwar in unserer vierstündigen Fortbildung Klimawandel kompakt Fakten, Methoden und Umsetzungsideen. Da geht es dann eben neben dem naturwissenschaftlichen Part auch wirklich ganz konkret darum, was gibt es für Methoden, wie kann ich sie im Unterricht einsetzen und neben dem Input wird natürlich auch sehr viel ausprobiert. Man lernt die Methoden selber kennen und geht auch in den Austausch, ja, wie machen das andere Kolleginnen und Kollegen an anderen Einrichtungen schon. Genau, das zweite Angebot, was wir haben, Klimakrise im gesellschaftlichen Kontext, zukunftsgerechtes Denken und Handeln. Da geht es eben darum, nochmal die Klimakrise ins Verhältnis zu setzen zu anderen Themenbereichen. Also wie hängen Klimakrise und Ernährung miteinander zusammen, Klimakrise und Biodiversitätsverlust und wie komme ich denn jetzt auch in so ein Handeln, weil wir wissen ja alle, Wissen alleine führt nicht automatisch zu klimafreundlichem Handeln. Da werde ich auch gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Das dritte Angebot, Klima, wandel dich, Schülerinnen und Schüler zu klimafreundlichem Handeln befähigen. Da geht es wirklich ganz explizit nochmal um die jungen Menschen, um deren Perspektiven, um deren Sorgen. Und da hat dann eben die FEJ-Lerin, die wir jedes Jahr bei der Deutschen Klimastiftung haben, eben zusammen mit mir dieses Fortbildungsangebot entwickelt und dann eben aus Schülerinnen-Perspektive nochmal eingebracht, ja, was kann ich denn überhaupt machen, schwerpunktmäßig natürlich bei uns in der Region, wo kann ich mich auch engagieren, aber natürlich auch nochmal die Perspektive deutschlandweit aufzuzeigen, welche Handlungsmöglichkeiten gibt es denn. Und unsere Ganztagesfortbildung, die in der Regel entweder mit einem Wissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut stattfindet, beziehungsweise wenn er mal keine Zeit hat, dann eine Kollegin aus dem Klimahaus, geht es da nochmal ein bisschen darum, die Inhalte und Herangehensweisen der ersten beiden Fortbildungen nochmal mit aufzugreifen. Also zum einen die naturwissenschaftliche Perspektive, aber dann auch noch natürlich die gesellschaftswissenschaftliche Perspektive mit aufzugreifen und dann auch nochmal ja nicht nur den Fokus auf die unterrichtliche Umsetzung zu legen, sondern auch zu schauen, ja in welchen Bereichen kann Schule eben ein Vorbild sein, welche Handlungsoptionen gibt es da eben und da ist es auch ganz wichtig nochmal den Austausch unter den Schulen zu fördern, dass da eben nochmal voneinander gelernt werden kann, wenn man ein Projekt umsetzt oder wenn man einen Projekttag dazu organisieren will, was hat bei dem einen gut geklappt, wo waren vielleicht Stolpersteine, wen muss ich mir ins Boot holen, wenn ich irgendwie zum Klimaschutz was in meiner Einrichtung erreichen möchte. Da sind wir auch dabei, dann ein Netzwerk aufzubauen und dann eben die Schulen untereinander dann zu verknüpfen. Genau und aktuelle Informationen und Termine zu unserem Fortbildungsprogramm finden Sie auf unserer Homepage www.klimabildungszentrum.de da alles weitere dann dazu. Genau und dann möchte ich ja jetzt nicht nur etwas erzählen, sondern bin auch nochmal gespannt auf ein kleines Feedback aus Ihren Runden. Jetzt habe ich tatsächlich festgestellt, als ich mal so einmal die Teilnehmendenliste durchgeschaut habe, dass auch viele aus dem Kita-Bereich da sind, aber ich würde sagen, wir schauen trotzdem mal inwieweit die Fragen, die ich vorbereitet habe, vielleicht doch passen. Das heißt, also ich würde Sie jetzt einmal einladen. Sie können entweder in Ihrem Browser am Laptop auf die Seite menti.com gehen und dort den Code, den Sie sehen, eingeben oder Sie scannen mit Ihrem Smartphone den QR-Code ab und dann kann ich auch gleich als Alternative noch einen Link in den Chat stellen, wo Sie auch zu der kurzen Befragung gelangen. Warte ich nochmal einen kurzen Moment. und dann Vielen Dank. Ich würde die Umfrage noch einmal teilen, wobei ich sehe, das hat anscheinend doch schon geklappt. Und zwar geht es da wirklich nochmal darum, welche Themen beschäftigen Ihre Schülerinnen und Schüler bzw. auch die Kinder in ihren Kindergärten. Genau, das bezieht sich jetzt tatsächlich eher so allgemein an, welchen Themen Sie interessiert sind. Genau, und ich sehe schon, wir haben schon fleißig Antworten eingegeben. Ich hoffe auch, dass das mit dem Link geklappt hat im Chat. Ansonsten gerne da nochmal ein Feedback. Okay, ich sehe, fünf haben mittlerweile an der Fragung teilgenommen. Dann warte ich nochmal einen kurzen Moment. Und wenn dann noch ein paar Abstimmungen dazugekommen sind, kann ich auch im Anschluss gerne einmal die Ergebnisse zeigen. Wie gesagt, falls das bei jemandem nicht geklappt hat. Geht das erst weiter, wenn Sie es freigeben? Genau. Ah, okay, gut. Genau, ich sehe, sieben Personen haben jetzt einmal schon abgestimmt bzw. etwas angegeben. Warte ich nochmal ein, zwei Minütchen und dann gebe ich einmal die nächste Frage frei, bevor ich dann die Ergebnisse einmal zeige. Moment, ich gucke nochmal einmal kurz nicht, dass beim Link was schiefgegangen ist, dass das nicht funktioniert. Beziehungsweise, wenn das, geht es auch, wenn Sie auf menti.com gehen und dann diesen Code eingeben. Habe ich auch nochmal in den Chat gestellt. Christina, könntest du einmal nochmal den QR-Code zeigen? Da wurde gerade danach gefragt. Ja, natürlich. Moment. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Dann würde ich sagen, schaue ich noch einmal in die Ergebnisse rein. Und gebe einmal die nächste Frage frei, wenn das jetzt klappt. Jetzt müsste es eigentlich geklappt haben. Und da können Sie jetzt einmal zustimmen, inwieweit die Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler am Thema Klimawandel interessiert sind. Also, dass sie überhaupt nicht interessiert sind oder dass sie sehr interessiert sind, beziehungsweise ob sie auch schon in dem Bereich vielleicht nicht nur sich engagieren, sondern auch aktiv sind, indem sie beispielsweise sagen, wenn ich mit Mama zum Einkaufen gehe, dann nehmen wir einen Stoffbeutel mit, statt Plastiktüten zu benutzen. Bei mir geht das leider nicht. Bin ich da die Einzige? Ich konnte zuerst diese Refresh-Funktion, die da angezeigt wird, nicht nutzen. Also, das hat nicht funktioniert. Wenn ich aber Neuladen im Browser nutze, beziehungsweise einfach F5 drücke, das ist ganz oben auf der Tastatur in der Regel, dann lädt er die Seite neu. Und jetzt sehe ich aber gerade, dass mir wieder Frage 1 vorgezeigt wird. Ja, mir auch, mir auch. Moment. Eigentlich habe ich die auf. Okay, jetzt steht hier oben, the presenter has changed the slide. Und dann der grüne, go to slide. Jetzt geht's, ja. Okay. Bei mir auch. Bei mir auch. Und dann hing vielleicht mein Browser irgendwie ein bisschen hinterher. Ah, jetzt sehe ich auch. Die ersten Abstimmungen kommen ein. Für Frau Hopp nochmal hier der Link, der dann wahrscheinlich einfacher selber direkt angeklickt werden kann oder auch kopiert und in den Browser, falls das mit dem QR-Code nicht klappt. Das scheint aber jetzt auch bei mehreren zu klappen. Ich sehe, ich habe jetzt elf Rückmeldungen. Stefan. Kommt abih Estado. Ich sehe, ich habe jetzt eins ans faut vad man dann hier sieht. Dann ist mein Browser überwise dabei passiert nicht, ok jetzt passiert momentan nichts mehr in meinen ergebnissen dann würde ich sagen teile ich einmal die ergebnisse mit ihnen ja spannend welche welche themen ganz hoch im kurs stehen mal schauen dass ich im browser teile und dann mache ich das einmal groß genau ganz dick und fett also mehrfach erwähnt das thema nachhaltigkeit klima und klimawandel ich sehe aber auch konsum umsetzbarkeit da weiß ich nicht vielleicht mag da jemand ja noch was zu sagen wo sommerferien ja ist auch ein sehr gutes thema womit man sich jetzt beschäftigen kann umwelt schutz käfer ist thema ernährung natur im allgemeinen tiere tier und pflanzen reisen wald und wasser sparsamkeit war ja auch da nachhaltigkeit klima klimawandel doch schon im fokus der interessen ja perfekt das hat geklappt genau und ja auch hier die schülerinnen und schüler beziehungsweise die kinder sind ja haben doch schon ein interesse am thema aber haben natürlich auch noch sind sind natürlich auch noch an an anderen themen interessiert und in dem alter vielleicht auch noch nicht ganz so viel in dem bereich engagiert aber vielleicht über die ein oder andere kleinigkeit die man ja so im alltag machen kann tragen sie ja dann doch auch zum klimaschutz bei ja sehr spannend vielen dank dass sie mitgemacht haben kann ich die man auch gerne noch mal die ergebnisse hinterher noch mal als slides zukommen lassen darf ich dazu noch was sagen also meine beobachtung und ja sehr gerne vielleicht und zwar habe ich mich für jeweils drei entschieden weil ich erlebe ganz große extreme jetzt wenn ich wirklich mit mit kindern und schülern zusammen arbeite also es gibt kinder die sind unwahrscheinlich achtsam und sind sowohl interessiert als auch engagiert und ich erlebe aber auch ein komplettes desinteresse oder sogar ablehnung also das ist für mich also so ein mittel gibt es leider nicht also so dass man sagen kann naja ist schon was da und macht auch ein bisschen was ich weiß ich würde ich würde mich würde mal interessieren wieder so ihre und vielleicht auch die von den teilnehmern so beobachtungen sind und woran das vielleicht liegen könnte ja dann würde ich tatsächlich gleich mich anschließen erst mal ihnen noch mal den raum für ihre einschätzung und erlebnis einmal öffnen also auch da wird es noch mal in einer grundschule ähnlich erlebt gibt es sonst noch erfahrungen die sie noch mal mit uns teilen möchten ok danke ja doch ja gerne ich wollte mal dazu sagen zum thema so gesagt klimaschutz und klimaschutzverdrossenheit ich schätze mal das ist eines der probleme die momentan ja mit der jetzigen medienlage auch übereinander stimmt das haben wir jetzt ja auch sehr groß in der korona lage mitbekommen umso mehr das thema traurigerweise so gesagt von den medien plattgetreten wird umso mehr überschuss hat man von dem gehörten und umso weniger interessiert man sich dadurch gerade das ist ein großes thema das wird konstant von den medien aufgenommen leider oft nicht in einem guten licht also das und das hat man schon geschafft sondern das haben wir nicht hinbekommen das haben wir nicht hinbekommen und dadurch gibt es halt ein großer faktor an kindern und jugendlichen und jungen erwachsenen die sich zum beispiel bei friday for future oder ähnliches akt aktiv teilnehmen und dadurch halt ein großes wissen haben und die kinder die sich oder die menschen die sich nicht damit beschäftigen für die ist es ja ein störender faktor weil sie es halt über und immer wieder hören dadurch halt er da keine lust mehr drauf haben ja dem stimme ich auch zu also speziell was die vertrossenheit anbelangt gleichzeitig das behandeln in den medien und wir kommen vielleicht auch gleich noch mal zu diesen psychologischen hintergründen und wir können ganz klar feststellen dass die klimakatastrophe eine bedrohung ist die nicht so vorgestellt werden kann wie ein ball der auf mich zu fliegt und ich weiche aus ich reagiere so nehme die gefahr aktiv war sie sie auf mich zukommen und habt sofort das gefühl reflexartig reagieren zu müssen sondern das ist halt ein über einen langen zeitraum gedachte gefahr und zwar jetzt in den letzten jahren auch bei uns vor ort immer stärker zu sehen aber da kommen wir halt auch zum nächsten psychologischen hintergrund die verdrängung solcher probleme vor allem wenn sie ebenso schleichend vonstatten gehen funktioniert einfach viel leichter und auch vom belohnungssystem her logischer als mich jetzt aktiv in diese themen auch noch mal noch mehr rein zu arbeiten und dann auch noch aktiv zu werden und das ist natürlich auch gepaart mit dem hinweis aus aus dem chat dass es auch auf das soziale umfeld ankommt freundeskreise die einen mitreißen themen die es einen sowieso beispielsweise über hobbys oder auch im social media bereich beschäftigen thema reisen wie ernähre ich mich gesund und nachhaltig das kann natürlich auch dazu führen dass es nach dem schneeball prinzip zu mehr engagement führt aber wenn all diese themen all diese dinge eben nicht da sind gleichzeitig aber ein aktives leugnen in meinem sozialen umfeld stattfindet eben aus dieser logik heraus ich weiche dem problem auf diese art und weise aus indem ich verdränge kommt man halt auch ganz schnell zu aussagen ich sehe das problem gar nicht wirklich ernst und sage sogar soweit dass das alles quatsch wäre so soweit als beitrag von meiner seite ja danke auch noch mal für die für die anderen erfahrungen also das habe ich tatsächlich also ich habe auch eine zeit lang in der grundschule gearbeitet und habe das da auch mitbekommen also dass auch im rahmen der plastikdetektive ag die ich angeboten habe dass dann da auch die kinder gesagt haben bei uns zu hause immer plastik und aber da war dann tatsächlich auch dann bei denen bei den kindern die da mitgemacht haben hat man schon diese diese bewusstseins veränderung mitbekommen und ganz ganz toll hat dann eine ja eine schülerin gesagt auf kowalczyk kowalczyk meine mama benutzt jetzt immer ja eine baumwolltasche wenn wir zum einkaufen gehen weil du gesagt dass das was besser ist als die plastiktaschen und ja sie konnte das tatsächlich zu hause durchsetzen also auch ja kann man auch ganz viel wenn man wirklich toll mit den kindern arbeitet und sie das auch für sich mitnehmen kann man da dann vielleicht auch dann so die elternhäuser sogar auch noch mit erreichen auch selbst wenn es da dann vorher noch gar nicht so thematisiert worden ist genau aber allgemein erleben wir das tatsächlich auch also auch die rückmeldung von den lehrkräften also dass es viele viele engagierte gibt die schülerinnen und schüler aber auch viele die sagen gerade ja auch in bremerhaven baue immer auf irgendwie klimaschutz ich habe ganz andere probleme da habe ich jetzt nicht auch noch bock und zeit und geld irgendwie mich klimafreundlich zu unterhalten weil zu zu verhalten weil vielfach ist es ja auch noch so dass das die wahrnehmung zumindest ist auch gott wenn ich mich jetzt fühle oder klimafreundlich verhalte kostet mich irgendwie mehr geld mehr zeit als wenn ich jetzt die klimaschädliche variante wählen würde da ist es auch dann eben ganz wichtig dass man da positiv beispiele aufzeigt dass es eben doch geht genau und ja zeit ist dass man da auch eben entsprechend die zeiträume für schafft dass man eben entsprechend ja nicht nur dinge aufzeigt sondern auch einfach ins gespräch geht und ja auch einfach mal zuhört der jungen generation jetzt versuche ich mal so ganz unauffällig wieder überzuleiten zu dem was ich mitgebracht habe in meiner präsentation da haben wir nämlich auch mit schülerinnen und schülern uns zusammengesetzt ihnen ja zeit zum erzählen eingeräumt was beschäftigt sie und das haben wir dann im rahmen einer zukunftswerkstatt im letzten juli gemacht und haben zu beginn einfach mal einen freiraum von einer halben stunde geschaffen und gesagt okay ihr bekommt jetzt hier mal ein zettel und stift und dann schreibt ihr einfach mal auf was euch so auf der seele liegt wenn ihr so an eure zukunft denkt worüber macht ihr euch gedanken wovor habt ihr angst und was gibt euch hoffnung das sind so die drei fragen die wir den schülerinnen und schülern gestellt haben es waren insgesamt zehn da aus den klassen 7 bis 13 und die haben dann wirklich erstmal einfach alles aufgeschrieben und da habe ich mal ein paar zitate mitgebracht worüber sie sich denn so gedanken machen zum einen ich denke sehr viel über die zukünftige situation der jugend nach und was man für diese ändern sollte darüber warum unsere gesellschaft in vielen bereichen beispielsweise in schulen an veralteten methoden hängt eine schülerin schülerinnen denkt darüber nach wie wir möglichst schnell und möglichst gut bne etablieren können und wie wir gleichzeitig schnell und überlegt entscheidungen für die zukunft treffen können und ich bin sehr gespannt wie die zukunft aussehen wird und mache mir oft gedanken darüber ob wir das 1,5 grad ziel einhalten werden ob es einen wandel in unserer lebensweise geben wird und natürlich auch wie mein persönlicher alltag in der zukunft aussieht also wir sehen von ganz konkret ja wie sieht die situation für die jugend aus was was passiert überhaupt in den schulen bis hin ja wie schaffen wir es überhaupt das system zu ändern wie können wir bildung für nachhaltige entwicklung etablieren dann habe ich noch mit gebracht weil ich das auch sehr ermutigend finde ja worauf sich denn die jungen menschen in zukunft freuen und zwar auf die ganzen genialen ideen die noch kommen werden ich freue mich darauf meine eigenen ideen und visionen verwirklichen zu können ich freue mich auf viele coole klimastreiks obwohl ich hoffe dass sie nicht mehr nötig sein werden jemand freut sich auf die digitalisierung auf komplett neue methoden wie an schulen gelehrt wird und darauf dass junge menschen mehr einfluss auf entscheidung nehmen können und dass ein umdenken der gesellschaft ja stattfinden wird spätestens mit den millenials und der generation z in führungspositionen eine reduktion des lebensstandards ja auf ein minimum mit fragezeichen ganz nach dem motto ja weniger ist mehr das thema nachhaltiger technologie fortschritt erneuerbare energien wasserstoff kam capturing des attack und so weiter also auch da wieder ganz ganz breit gestreut was was ihnen denn auch hoffnung gibt dann haben wir das ganze noch mal mit einer online umfrage noch mal ein bisschen unterstützt und da dann aus den bundesländern baden württemberg und bremen insgesamt 76 schülerinnen und schüler aus den klassen 5 bis 13 erreichen können die zwischen juli und september letzten jahres an unserer umfrage teilgenommen haben und da haben wir wirklich noch mal gefragt naja wenn du an der zukunft denkst machst du dir denn auch gedanken über den klimawandel und hier kann man sehen dass hier und 70 prozent der befragten eben gesagt haben ja natürlich mache ich mir da gedanken drüber über dieses thema dann haben wir auch gefragt ob denn wenn sie sich da so viel gedanken machen ob sich das denn auch in ihrem unterricht widerspiegelt und ob das ja eben in einem angemessenen umfang schon ja behandelt wird das thema da sehen wir ein ja sehr sehr unterschiedliches sehr unterschiedliches bild also teilweise ja stimme voll und ganz zu bis hin zu ne stimme überhaupt nicht zu da hatten wir dann auch noch mal abgefragt also wie wie denn dieser unterricht aussieht und noch mal ja platz für für den freitext gelassen und da war dann eben auch vielfach die rückmeldung ja dass es an einzelnen sehr engagierten lehrkräften hängt dass die sich eben wirklich explizit dafür einsetzen dass das thema in der schule bzw im unterricht aufgegriffen wird und dann haben wir noch mal gefragt was wünscht ihr euch denn also wie müsste das thema behandelt werden damit ihr sagt jetzt fühle ich mich irgendwie gut vorbereitet auf die zukunft dass ich mich im klimaschutz engagieren dass ich wieder hoffnung habe dass doch noch irgendwie alles gut werden wird dass es noch gelöst bekommen genau und zum einen haben sie gesagt ja bei denen es noch nicht der fall war die haben gesagt das thema muss auf jeden fall im unterricht behandelt werden und einige haben dann auch konkrete vorschläge mitgebracht oder wünsche geäußert ja wie sie sich das denn wünschen würden wie es umgesetzt werden sollte welche unterrichtsformen sie sich wünschen würden beispielsweise dass es mehr projekttage und wochen zu diesem thema geben soll dass diese projekttage oder wochen nicht immer so als notnagel zwischen den oder vor den ferien stattfinden dass man sagt auch jetzt haben wir irgendwie noch so letzte woche vor den ferien ja machen wir mal irgendwie so ein bisschen projekttag sondern dass es immer wieder aufgegriffen wird im rahmen von projekttagen sie möchten gerne eigene recherchen zu dem thema durchführen spiele also einen spielerischen und kreativen zugang zum thema haben vielleicht das auch mal von externen experten reinkommen die zu dem thema was erzählen oder dass sie ausflüge eben entsprechende einrichtungen machen die das thema behandeln und dass insgesamt auch die praxisorientierung auf jeden fall noch potenzial hat es deutlich höher zu sein da dass sie sich in der schule ja wünschen dass sie mehr an entscheidungsprozessen beteiligt werden und ganz viel bitte bitte kein frontal unterricht zu diesem thema genau dass das thema fächer übergreifend behandelt wird und einige haben gesagt ja das thema ist eigentlich so wichtig es bräuchte ein eigenes unterrichtsfach das sich nur mit der klimakrise beschäftigt und noch eine ein zentraler punkt der vielfach genannt worden ist dass wenn das thema aufgegriffen wird dass es dann eher so gott es ist irgendwie schon alles so spät und im prinzip so wie das ganze bild immer in den nachrichten vermittelt wird das haben wir nicht geschafft beim klimaschutz und das auch nicht und irgendwie ist sowieso alles schon fünf vor zwölf aber das ist ihnen fehlt dass sie auch ja ein positives bild vermittelt bekommen was denn überhaupt auch für für sie als schülerinnen und schüler verhandlungsmöglichkeiten gibt wie sie ihr eigenes leben nachhaltiger gestalten können das gucke ich einmal im chat dass ich den einmal noch mal mit im auge habe ich schaue noch mal kurz drauf ob es da rückfragen jetzt zu unseren umfragen wird zu den dingen die ich gesagt habe gegeben hat genau also tatsächlich sowohl als auch das ist repräsentativ beziehungsweise zufällig ausgewählte jugendliche sind die zehn die bei uns bei der zukunftswerkstatt waren das waren tatsächlich die die wir hier aus dem oder wo wir die lehrkräfte die häufig schon mal im klimahaus waren angefragt haben ob sie nicht irgendwie schülerinnen und schüler noch bei sich in den klassen haben die lust hätten an einer zukunftswerkstatt teilzunehmen und tatsächlich bei der online befragung war es eben so dass wir auch hier im bundesland bremen noch schaut haben wo haben wir kontakte zu den schulen was wir da eben noch mal umfragen durchführen können und dass wir baden-württemberg noch ausgesucht haben liegt tatsächlich daran dass bevor ich zum zur deutschen klimastiftung gekommen bin ich in baden-württemberg an der pädagogischen hochschule im bne-zentrum gearbeitet habe und da natürlich auch entsprechend schulnetzwerk aufgebaut habe und dann die habe ich das eben auch mitgebracht genau also das was ich jetzt gerade vorgestellt habe das sind alles sachen die wir selber durchgeführt haben ich habe aber auch noch mal als beispiel eine repräsentative umfrage mitgebracht genau und es hat tatsächlich das haben wir auch gesehen also auch unterschiede zwischen dem wie es wahrgenommen wird zwischen bremen und baden-württemberg genau also da waren auch noch mal die ja die einzugsgebiete bzw das bundesland dann da auch noch mal tatsächlich einflussgebend vertreten bei der online befragung welche schulform und altersklassen genau also klasse 5 bis 13 hier in bremen die oberschulen und aus baden-württemberg waren es muss gerade einmal ganz kurz überlegen meine zwei zwei oder drei gymnasium waren es tatsächlich die da vertreten waren bei der befragung ok dann würde ich tatsächlich noch einmal eine moment jetzt geht mein kurs nicht weiter das war zu schnell genau einmal habe ich ja gerade gesagt habe ich auch noch eine ja repräsentative umfrage mitgebracht und zwar zukunft jugend fragen die wurde im zeitraum juni bis juli letzten jahres durchgeführt und jetzt vor einiger zeit veröffentlicht da wurden 1000 10 junge menschen zwischen 14 und 22 jahren befragt wie gesagt eine repräsentative befragung das heißt also auch vom ja von der altersverteilung und schulformen und so weiter war eben entsprechend dies auch dem gesellschaftlichen durchschnitt widerspiegelt da eben auch entsprechend die befragten schülerinnen und schüler beziehungsweise junge menschen vertreten genau da kam eben auch noch mal raus die wichtigsten themen für die jungen menschen oder fliegen generationen sind eben soziale gerechtigkeit der zustand des bildungswesens und das thema umwelt und klimaschutz und dann hat man auch noch mal ja eine frage aufgegriffen ja welche gefühle oder ja welche gefühle löst das thema klimawandel bei dir aus und haben dann angegeben das sind oder kam dann eben heraus dass 70 prozent auch angst vor den folgen des klimawandels haben aber auch gesehen haben dass es eben ja möglichkeiten zum umwelt und klimaschutz gibt und sehen da eben zum einen jede und jeden einzelnen der verantwortung aber auch insgesamt die industrie und die bundesregierung und 80 prozent der befragten jungen menschen kennen freie des for future und ein viertel hat sogar schon einmal an einer demonstration teilgenommen hier gerade es kam noch eine frage ok genau dann habe ich noch mal ausschnitt mitgebracht ja wie die jungen menschen denn wohl über die zukunft in etwa 20 jahren nachdenken ob sie eher optimistisch oder pessimistisch sind und die letzte zeile zeigt noch mal naja ja wenn sie an die zukunft von umwelt und klima denken ja das tatsächlich jungen menschen eben eher pessimistisch beziehungsweise einige sogar sehr pessimistisch sind wenn sie an die zukunft in 20 jahren denken moment ich habe gerade ein paar kleine technische probleme meiner tastatur so genau jetzt schaue ich noch einmal kurz in den chat ob es dazu jetzt noch mal eine frage gab inwieweit hat es beeinflusst moment moment also das haben wir tatsächlich gar nicht abgefragt also mit welch welchen sozialen status die schülerinnen und schüler haben sondern es ging tatsächlich eher darum worüber sie sich persönlich gedanken machen und was sie sich ja für dich von der schule für die klimabildung wünschen genau dann haben wir schon mal kurz das angeschnitten ja warum wir oder schauen uns nochmal an warum wir manchmal ja wieder besseren wissens handeln habe ich einmal fünf psychologische barrieren mitgebracht nach susan moser die erste barriere die ich mitgebracht habe ist die sogenannte kognitive dissonanz genau die verhindert quasi in uns dass die argumente der klima bewegung höher finden das heißt also wir befinden uns in einem ja inneren spannungszustand das heißt ja zwischen unseren wissen und werten wenn die nicht übereinstimmen mit unseren entscheidungen bzw handlungen wird eben dieser spannungszustand ausgelöst wir fühlen uns schlecht wenn wir eben gegen unsere prinzipien verstoßen beispielsweise nach dem motto naja ich kaufe jetzt eine einweg plastikflasche obwohl ich weiß dass mehrwegprodukte besser für die umwelt sind das kann dann eben so einen kleinen inneren spannungszustand auslösen und um dem unangenehmen gefühl zu entgegnen nutzen menschen eben ja verschiedene lösungsstrategien um eben diesen die kluft zwischen dem anspruch an sich selbst und der wirklichkeit beziehungsweise der handlung zu verringern das ist dann die sogenannte dissonanz reduktion genau und um diesem unangenehmen gefühl dieses spannungszustand ja zu entgehen ja zweifeln manche dann auch den wissenschaftlichen konsens an und rechtfertigen sich nach dem motto naja die anderen die die kaufen ja auch plastikmüll und das denn ist das ja eigentlich gar nicht so schlimm wenn ich das auch mache naja oder es kommt zum sogenannten bestätigungs fehler das heißt also ich ignoriere dann auch tatsächlich ganz bewusst informationen die eben nicht zu meinem eigenen denken und handeln passen und sagt dann naja gut also so schlimm ist das ja eigentlich gar nicht was ich jetzt von informationen gelesen habe und ignoriere eigentlich das ganze was dem entgegensprechen würde eine mögliche eine mögliche lösung oder ein ausweg kann eben sein dass man ja klimafreundliches verhalten in einfachen und kleinen schritten umsetzt das heißt dass man nicht von heute auf morgen von null auf 100 prozent von klimaschädlich zu klima super klimafreundlich werden muss dass man diesen anspruch nicht an sich hat sondern dass man geht immer mit mit kleinen Schritten okay ich verzichte jetzt mal eine woche lang auf fleisch oder versuche jetzt immer meine flasche dabei zu haben und mir immer selber wasser abzufüllen und die flasche kann ich dann ganz ganz oft benutzen dass man eben schaut dass man das ganze in kleinen Schritten macht und so dann natürlich auch seine innere Haltung ganz ganz oft dann eben auch immer den entscheidungen und den handlungen dann entspricht es ist aber auch wichtig dass eben gesellschaftliche standards und erwartungen sich verändert und das eben ja auch alltägliche rahmenbedingungen sich so verändern ja dass man im prinzip dass die klimafreundliche variante ja immer die die einfachere also für gefühlt einfachere lösung ist und dass man dann eben ganz routiniert ja ganz eben daran geht dass man eben sich klimafreundlich verhält die zweite barriere die ich mitgebracht habe ist die psychologische distanz das heißt also die ursachen und folgen des klimawandels ja scheinen weit entfernt oder ungreifbar zu sein aber dass man sagt naja der klimawandel wird wahrscheinlich keinen einfluss auf menschen wie mich haben und auch nicht in meiner region das heißt also ich habe zum einen diese diese gefühlte räumliche distanz vielleicht auch die zeitliche distanz nach dem Motto naja jetzt geht es uns ja noch gut das was dann in 100 jahren oder in 50 jahren ist das ist für mich vielleicht nicht mehr ganz so relevant die menschen die menschen die das betrifft kommen vielleicht nicht aus der sozialen schicht in der ich mich bewege und natürlich die klimawissenschaften weisen natürlich immer durch die komplexität einen gewissen grad der ungewissheit auf also man kann nicht sagen also es ist 100 prozent belegt dass es genau so und so kommen wie es sondern auch da wird ja mit ist es sehr wahrscheinlich also mit wahrscheinlichkeiten gearbeitet dass man dann sagt auch das ist ja gar nicht so sicher und dann ja für das eben zu einem desinteressen zu einer vermeidung des themas und eine lösung kann eben sein dass man diese gefühlte distanz verringert zum beispiel dass man eben mit den menschen in kontakt geht parallelen herstellt dass man über ganz viel über storytelling arbeitet und dann ebenso diese distanz verringert dann habe ich noch den begriff du müssen mitgebracht das heißt also haben wir ja auch schon gesprochen dass in den medien vielfach jahre katastrophen szenarien dargestellt werden die dann ja ein gefühl von starker angst auslösen beziehungsweise ja dass man denkt oh gott der untergang steht irgendwie quasi kurz bevor dass man dann in eine problem trance verfällt das heißt man ja versucht eben diesen bedrohlichen und unangenehmen informationen auch auszuweichen beziehungsweise zweifelt diese an genau man sucht sich quasi die rationale gründe für sein wenig rationales nicht handeln und schiebt vielleicht auch die die verantwortung auf andere oder sagt naja da kann ich mich auch irgendwie später noch um kümmern gerade habe ich ganz andere probleme als mich klimafreundlich zu verhalten und auch hier ist es eben wichtig um daraus zu kommen dass man positive beispiele aufzeigt dass man konkrete und machbare lösungen aufzeigt da auch nicht wieder von 0 auf 100 will sondern eben auch wieder in kleinen schritten lösungen und möglichkeiten auf zeigt und genau der vierte punkt haben wir auch gerade schon ganz kurz tatsächlich drüber gesprochen ist die angst vor sozialer ablehnung das heißt ja man hat angst seine freunde oder gesellschaftlichen status zu verlieren wenn ich jetzt sage wenn ich mich irgendwie öffentlich für den klimaschutz engagiere dann belächelt mich mein freundeskreis und irgendwie bin ich dann so als öko abgestempelt und das möchte ich nicht und keiner nimmt mich mehr dann ernst sondern ich möchte ja eigentlich zu meinen freunden oder zu meiner ja zu meinen zu meiner genau zu meinem kreis gehören in dem ich mich dann eben bewege das heißt es kann also auch dazu führen wenn die gruppe zu im thema klimaschutz bewegt wie man vielleicht selber interesse daran hat dass man dann sagt okay um eben meine gruppe nicht zu verlieren kann es sein dass man sich eben an das verhalten und dann die meinung der sozialen gruppe anpasst und eine mögliche lösung kann eben sein dass man geschichten erzählt ja empathie fördert und dann eben auch schaut dass diese polarisierung ein stück weit aufgehoben wird das heißt also entweder man ist engagiert sich für den klimaschutz und wird dann irgendwie als öko abgestempelt oder man sagt ach das interessiert mich alles nicht sondern dass man da wirklich auch geschichten des gelings aufzeigt den austausch fördert und ja sich eben auch verbündete sucht wenn man sagt okay ich mir ist klimaschutz so wichtig ich möchte mich da engagieren auch wenn meine soziale gruppe das nicht macht dass man dann eben schaut wo finde ich denn vielleicht verbündete die sich auch zu meinem thema oder zum thema klimaschutz engagieren und die letzte barriere die ich mitgebracht habe ist der selbstwert schutz das heißt ja menschen möchten ihren selbstwert schützen und ihre identität stärken und dafür recht die rechtfertigen sie verhalten und das eben ihrer sozialen gruppe das heißt also wenn man dann sagt naja in der vergangenheit da warst du ja jetzt irgendwie nicht so klimafreundlich unterwegs das das war ja jetzt nicht so gut sondern dass man eben ja sagt okay wir machen jetzt hier ein cut was vergangen ist ist vergangen ja und wir schauen jetzt ja und wir schauen jetzt eben gemeinsam in eine klimafreundliche zukunft genau und schaut dann eben auch dass man sagt oder das ist es wichtig dass eben auch ja ein wandel stattfindet dass man eben auch schaut ja das nicht mehr nur der wohlstand an sich im fokus steht sondern ja auch dass das wohl ergehen also das well being wie kann man das dann eben auch fördern und dass man eben sagt okay was vergangen ist ist vergangen und wir schauen jetzt gemeinsam eben in die zukunft so bevor ich jetzt einmal zum nächsten thema übergehe sehe ich schon dass im chat was los ist aber das waren jetzt keine rückfragen mehr sondern nur verabschiedung genau wie kann es denn jetzt gelingen wie kommen wir ja über das thema klima ins gespräch genau also brauchen insgesamt eine veränderung in der klimakommunikation es braucht mehr positiv beispiele ja was denn alles schon gelungen ist anstatt dass man sich darauf fokussiert was denn alles nicht geklappt hat für die schülerinnen und schüler nochmal auf die bezogen dass man eben nochmal konkret aufzeigt was kann ich denn als als beitrag leisten aber natürlich auch mit dem hintergrund den schülerinnen und schülern das gefühl zu geben es ist schön wenn du mithilfst und zum klimaschutz beiträgt aber es ist nicht deine verantwortung das ist nicht deine schuld sondern wir erwachsenen wir müssen im prinzip das große ganze problem lösen und ihr könnt aber auch schon ein stück weit dazu beitragen und eben auch zu vermitteln dass es ganz toll ist wenn ja wenn jeder eben seinen kleinen beitrag dazu leistet genau deswegen ja es ist auch noch mal ganz wichtig dass man ja statt den fokus darauf zu legen naja also fahr jetzt beispielsweise weniger auto das wird dann vielleicht noch mal als verlust wahrgenommen sondern dass man sagt naja dass man es lieber so formuliert beispielsweise fahr mehr fahrrad oder gehe noch mehr zu fuß das hält ja das hält dich fit dann bleibst du gesund dass man das eben als gewinn dann verkauft ebenso dass man sagt kaufe zum beispiel regionale produkte denn die sind einfach frischer werde vegetarier denn das ist gesund dass man eben das ganze sagt naja nicht du darfst jetzt keine fleisch mehr essen sondern eben dann die vorteile auf zeigt wenn man sich klimafreundlich verhält da gibt es auch das habe ich auch noch mal als beispiel mitgebracht also keine angst das müssen sie sich jetzt nicht im detail vom bildschirm anschauen von oro werde ja fallen und chancen der nachhaltigkeitskommunikation noch mal aufgeteilt auf den bereich kommunikation recherche und werte habe ich einfach nur mal einen kleinen ausschnitt mitgebracht den link kann ich zu dem plakat kann ich auch gerne noch mal im nachgang mitschicken genau kleine aspekte noch mal werden dann da aufgezeigt auf die man achten kann was so quasi fallen in der kommunikation sein können wie man das ganze aber auch eben als chance um müssen kann beispielsweise wie ich gesagt habe dass man eben ja statt verbote ausspricht eben die gewinne aufzeigt wenn man sich klimafreundlich verhält und dann noch mal ein sehr noch mal eine sehr sehr schöne grafische zusammenfassung über die bin ich jetzt die tage erst gestolpert kenne die jana hoppmann die hat bei uns im klima haus oder auch schon mal workshop gehalten zum klimakommunikation und ja jetzt zur bundestagswahl nochmal eben entsprechend mit kleinen sketchnotes aufbereitet wie man denn eben ja klimagespräche führen kann die die welt verändern können dass man erst mal schauen mit wem sollte ich als erstes sprechen also dass man schaut dass man wenn man sowas startet dass man sich erst mal ja menschen sucht die einem nahe stehen und dass man eben auch schaut ja dass man sich eben die bekannten raussucht bei denen man sich bei denen man auch schon ja die hoffnung hat dass eben das gespräch etwas bewirken kann dass man immer ein angenehmes setting für das gespräch sucht dass man nach gemeinsamkeiten schaut dass man offene fragen stellt aber auch den gegenüber noch mal darin unterstützt dass man gemeinsam noch mal schaut dass man die gedanken ordnet dass man sich die nächsten schritte anschaut und dass man eben das ganz wichtig ist sich auch ja wie es unter punkt sieben beispielsweise steht ja dass man auch die perspektive wechselt dass man sich in den anderen hineinversetzt dass man empathisch ist dass man auch über gefühle spricht aber auch noch mal ganz klar schaut dass man fakten und gefühle voneinander trennt das ja und dann man eben gemeinsam wenn man alles sortiert hat dann auch schaut okay was was können wir denn jetzt tun zum gesprächsaus ausklang ja dass wir jetzt gemeinsam motiviert sind etwas zu unternehmen genau und wenn man das alles ja noch mal in die klima bildung in die schule oder die einrichtung mit einfließen lässt das heißt also klima bildung auch eben wie sich auch die schülerinnen und schüler das gewünscht haben eine vielfältige methodische herangehensweise kreative spielerische zugänge zur thematik und dass es eben auch anregungen und raum gibt ja eigene projekte umzusetzen dass man selbstwirksamkeitserfahrung macht dass man lernt hey auch ich kann meinen beitrag dazu leisten und der ist genauso wertvoll und dass man ja wenn man dann eben auch klima bildung betreibt dass man vielleicht auch noch mal über seine eigene rolle nachdenkt zum einen die schülerinnen und schüler dass sie ja vom lernstoff konsumenten eben ja befehlen und zum gestalter der welt von morgen ja als solche zu agieren das da hilft bne ja auch ganz ganz viel eben durch die gestaltungskompetenz und die teilkompetenzen dass man da eben ja das rüstzeug an die hand bekommt dass man eben seine zukunft aktiv und klimafreundlich auch mitgestalten kann ja das damit aber auch gerade vielleicht wenn man mehr raum für eigene projekte und selbstwirksamkeitserfahrungen schafft und öffnet das dann eben ja vom reinen wissensvermittler dass man ja als der kraft auch eher ja als lernbegleiter für die schülerinnen und schüler dann da ist und ihnen ja viele türen öffnet indem man sie eben entsprechend mit den wissen und den kompetenzen ausstattet dass sie dann eben auch ihren eigenen weg finden können genau und wie das auch funktionieren kann oder moment fehlt die tatsächlich die beschriftung das ist im rahmen einer bne digitalen bne werkstatt in NRW zustande gekommen da waren eben ja bne akteure dabei und lehrkräfte mit denen habe ich auch noch mal gesprochen naja wie würden sie sich denn die klima bildung der zukunft wünschen und habt ihr einfach noch mal die beispiele mit mitgebracht auch wieder das thema positive kommunikation best practice beispiele dass es kooperationen ja zwischen schulen und außerschulischen partnern gibt ja dass es feste strukturen in den schulen geben muss dass eben die klima bildung da verankert werden sollte die klima bildung sollte soziale ökologische und ökonomische aspekte betrachten und das ist eben auch ein t oder eine sichtbarkeit des themas außerhalb ja der grünen blase geben sollte was braucht es eben um das ganze umzusetzen also vielen war eben wichtig dass es ja nur über kooperationen gelingen kann das heißt also zum einen zwischen den schulen und außerschulischen lernorten aber auch ja dass alle an schule beteiligten einbezogen werden also dass dann auch die eltern mit in die bildungsarbeit einbezogen werden dass es fortbildung und schulung von lehrkräften braucht und dass es eben auch wichtig ist ein netzwerk aufzubauen und aber auch eine vernetzung ja auf der politischen ebene oder mit der politischen ebene vernetzung zwischen schulen kommunen und dem kreis lassen wir einmal kurz auf die uhr schauen ist es nämlich gleich auch schon viertel nach genau jetzt habe ich noch mal ein paar handlungsmöglichkeiten mitgebracht diese können ja wirklich ganz ganz vielfältig sein hier gibt es eben von der zukunftsschule schleswig-holstein habe ich mir das mal angeschaut wir haben eben ganz viel breit gefächerte handlungsfelder eine checkliste erarbeitet beispielsweise im bereich heizung elektrizität dass man da eben schaut led lampen verwendet computer nachts ausschaltet ökostrom beziehen dass man im bereich ernährung und mensa ebenfalls ganz viel tun kann regional saisonal beispielsweise das angebotschaft fleisch reduziert oder vielleicht sogar ganz fleischlos im bereich der mobilität auch die klassenfahrten mal mit berücksichtigt je nachdem wohin sie gehen dass man eben schaut wie können wir da auch klimafreundlich anreisen wie kommen die schülerinnen und schüler wie kommen die lehrkräfte zur schule was gibt es da noch für möglichkeiten da klimafreundlich aktiv zu werden der bereich der beschaffung das heißt also wenn wir noch kopierpapier verwenden muss frischfaserpapier sein oder kann es beispielsweise auch recycling papier sein und dass man ja die schulhöfe begrünen bzw wenn es einen schulgarten gibt dass man den ja auch nutzt dass man den eben weiter ausbaut und pflegt und dass ich da dann auch eben entsprechend ja die alle dann engagieren und sagen das ist ganz wichtig und wie gesagt auf der checklist auch noch mal ganz viele weitere anregungen wichtig ist eben dass man ja im sinne eines whole institution approach das thema nicht nur in den unterricht einbezieht sondern dass man das ganze auch vorlebt und in vielen möglichst vielen bereichen dann auch einbindet und da auch vorlebt genau und dann habe ich noch zwei ganz kurz ja beispiele aus der praxis mitgebracht wo es da auch noch mal vertiefende anregungen zu gibt zum 1 schools for earth ein greenpeace projekt wo es wirklich noch mal darum geht schulen klimaneutral zu machen da gibt es entsprechend ein handlungsleitfaden es gibt unterrichtsmaterial dazu und wenn man sagt wir haben ganz viele engagierte schülerinnen und schüler gibt es noch community klima e.v ein netzwerk ja von von schülerinnen und schülern mit ihm verschiedenen kleineren aktionen die man eben in den schulalltag integrieren kann wie man sich da eben klimafreundlich verhalten kann genau und dann wäre tatsächlich jetzt noch die frage ob es rückfragen gibt ich sehe schon im chat ist noch mal etwas aufgeploppt genau kann ich gleich in den chat stellen den link zu der liste mache ich sofort im anschluss genau dann würde ich an dieser stelle sagen erst mal genau vielen dank die einladung so aber so